Blockchains sind seit längerem ein beliebtes Thema, aber für viele ist der Einstieg in die Materie immer noch unmöglich oder eine fast unschaffbare Hürde. Es mangelt einfach an Material, das objektiv, unaufgeregt und für absolute Anfänger die Funktionsweise von Blockchains auf einfache Weise erklärt. Ich selbst hatte vor nicht allzu langer Zeit ein Gespräch mit einem mir bekannten Bankberater und habe im Zuge des Gesprächs versucht, die Centralized Finance, also die Welt von DeFi, kurz zu erklären, habe aber schnell gemerkt, in drei bis fünf Minuten ist das eigentlich unmöglich. Natürlich wird man auch immer wieder mit Negativschlagzeilen über Blockchains konfrontiert, sei es große Verluste im Millionenbereich oder mangelnde Regulierung. Aber dann liest man auf der anderen Seite wieder, dass große Banken und Investmentfirmen hier viel Geld in die Hand nehmen, um in diese Technik zu investieren. Nur um ein Beispiel zu nennen, BlackRock und Fidelity möchten eventuell in die Blockchain-Welt einsteigen und auch Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, hat nun Blockchains als echt bezeichnet. Na, was darf man denn nun glauben? In diesem Video möchte ich auf einfachste Weise die Welt der Blockchains und deren Funktionsweise für Nicht-Techniker erklären, da ich glaube, dass in die Technik, die dahinter steckt, einfach viel hineininterpretiert wird, was einfach nicht stimmt. Ich freue mich auch, mit zwei Experten zu sprechen, Thomas Zeinzinger vom LabTending Guards und Matthias Reder von Coinfinity, die mir zu einigen Themen Frage und Antwort stehen werden. Wenn Sie also auf der Suche nach einem einfachen, nicht zu technischen, aber objektiven Einstieg in die Materie sind, gepaart mit vielen Beispielen aus der traditionellen Finanzwelt, dann bleiben Sie dran. Ich denke, Sie können hier sehr viel mitnehmen. Ja, mein Name ist Thomas. Ich darf mich kurz vorstellen, ich habe Telematik studiert an der TU Graz, habe jetzt inzwischen gute 20 Jahre als Softwareentwickler gearbeitet, davon sechs Jahre als Blockchain-Entwickler schon auf dem Rücken und habe auch Videokurse angeboten und damit mehr als 100.000 Leute weltweit erreicht. Die Videokurse sind meist auf Englisch, daher auch eine größere Zielgruppe und habe aber auch persönliche Schulungen gegeben an große Firmen und Regierungsorganisationen, habe das aber aufgehört und arbeite jetzt als CTO eines Startups im Finanz- und Blockchain-Sektor. Daher hoffe ich, mit diesen Credentials Ihnen durchaus zeigen zu können, Sie haben hier jemanden, der sich mit der Materie durchaus auskennt. Ja, was machen wir heute? Was würde ich Ihnen gerne zeigen? Ich würde gerne einen kurzen Ausflug in die Welt der Blockchains machen und am Ende hoffe ich, dass Sie selbstständig die Fragen beantworten können für sich selbst. beantworten können, wie funktioniert das? Wo kommen diese Coins eigentlich her? Werden die einfach so erschaffen oder gibt die irgendjemand in eine Datenbank ein? Also wer ist der Emittent? Wer kreiert diese Accounts? Muss man sich da irgendwo registrieren? Wie funktioniert denn das überhaupt? Und dann möchte ich in die Welt des DeFi eintauchen mit den smarten Kontrakten und Ihnen ein bisschen zeigen, wie das funktioniert und eine kleine Einführung geben. Also wenn Sie jemals mit Excel gearbeitet haben und ich denke, die Zielgruppe sollte sich mit Excel schon ein bisschen auskennen und vielleicht haben Sie auch schon einmal mit diesen Wenn-Dann-Funktionen gearbeitet, dann wissen Sie schon einiges und brauchen sich keine Gedanken machen. Viel schwieriger wird es nicht in diesem Vortrag und ich hoffe, Sie können trotzdem einiges mitnehmen und dann am Ende durchaus in der Lage zu sein, einzuschätzen, wie DeFi funktioniert, was gibt es hier für Möglichkeiten, was gibt es hier für Grenzen. Ja, dann wollen wir gleich einmal starten und ich möchte mit einem Beispiel starten aus der klassischen Welt von heute. Wenn ich frühmorgens zur Arbeit gehe, dann hätte ich gerne aus einem Coffee-Store, aus einem Kaffeehaus, einen Take-Away-Kaffee. Und ich gehe also zu diesem Kaffeehaus und kaufe mir einen Kaffee und wir nehmen jetzt einmal an, dass ich eine Kreditkarte von der Raiffeisenbank habe und der Shop aber sein Bankkonto bei der Revolut-Bank aus Großbritannien hat. Und ja, wie funktioniert denn diese Kreditkartentransaktion, bevor wir überhaupt in die Welt der Blockchains einsteigen, um hier einen Vergleich zu haben? Ja, wenn ich diesen Kaffee kaufe, dann hoffen wir einmal, dass der Shop dann nachher das Geld bekommen hat und ich meinen Kaffee und alle glücklich sind. Und wir wollen jetzt einmal schauen, was hier im Hintergrund passiert. Es sollte ja eigentlich nichts anderes passieren, als das, was hier in diesem Ledger, in diesem Journal eingetragen ist, wo wir am Anfang sagen, der Shop hat 0 Euro am Konto und ich habe 1.000 Euro am Konto und dann gibt es irgendeine Transaktion. Ich möchte also diesen Kaffee um 5 Euro kaufen. Das ist ein sehr teurer Kaffee, aber bleiben wir da mal bei diesem Beispiel. Und am Ende hat der Shop 5 Euro am Konto und ich habe 995 Euro am Konto. Wie funktioniert denn das mit der Kreditkarte? Mit der Kreditkarte ist es gar nicht so einfach, wie es am Anfang aussieht. Da gibt es eine ausstellende Bank, das ist die Raiffeisenbank. Dann gibt es den Karteninhaber, das bin ich. Dann gibt es den Dienstleister, das ist das Kaffeehaus. Und dann gibt es eine sogenannte anwerbende Bank, also eine Aquarabank, die das Konto von dem Dienstleister hat. Und das funktioniert dann folgendermaßen. Die ausstellende Bank gibt mir eine Kreditkarte, ich gehe damit ins Kaffeehaus. Das ist hoffentlich noch klar. Und dann gibt es diesen Point of Sale, also dieses Kreditkartenterminal. Da halte ich meine Karte hin und dann müssten hier 5 Euro bezahlt werden. Aber das geht eben nicht ganz so leicht, denn hier ist die anwerbende Bank, die die Transaktion vom Dienstleister hält. Also Revolut sieht, hoppla, der Dienstleister möchte jetzt keine 5 Euro haben. Die anwerbende Bank kontaktiert die ausstellende Bank. Also Revolut würde im Hintergrund dann die Raiffeisenbank kontaktieren. Und dann würde die Raiffeisenbank prüfen, ist denn diese Kreditkartennummer valide? Gibt es hier genug Geld am Konto? Wo kommt denn der Kauf überhaupt her? Ist zum Beispiel die Postleitzahl korrekt oder passt das in das Schema anderer Käufe? Ist das plötzlich irgendein Prinz aus Afrika, der hier gerne Millionen abbuchen möchte? Oder ist das einfach nur ein Kaffeehaus? Also da gibt es gewisse Betrugsprüfungen. Die sind jetzt nicht wirklich öffentlich verfügbar, aber es passiert hier eine Prüfung auf Betrug und so weiter und so fort. Aber wenn alles gut aussieht, dann gibt es eine Erfolgsnachricht von der ausstellenden Bank an die anwerbende Bank und die schickt dann zurück die Nachricht an den Dienstleister und der sieht dann das OK am Kreditkartenterminal. Das Ganze funktioniert in etwa ein bis drei Sekunden und dann sollte man meinen, dass hier das Geld geflossen ist. Falsch gedacht, es ist eine sogenannte Online-Transaktion. Hier ist noch kein Geld übertragen worden, also hier ist noch nichts übertragen worden. Es ist lediglich ein Hold auf dem Konto üblicherweise und die Abrechnung erfolgt dann offline zu einem späteren Zeitpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgehen würde und mich beschweren würde, dass der Kaffee heute nicht gut schmeckt und die Kaffeebohnen vielleicht schimmlig geworden sind, dann könnte der Shop nun ohne großen Aufwand bei Revolut quasi diese Transaktion wieder aufheben und das Hold am Konto wieder aufheben. Oder ich könnte mich bei der Raiffeisenbank beschweren und diese könnte das Hold am Konto aufheben. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber genug dazu. Üblicherweise funktioniert das eben so, dass hier diese vier Teilnehmer an dieser Kreditkartentransaktion beteiligt sind. Ja, das Ganze ist relativ kompliziert und damit wir jetzt nicht mehr bei der Kreditkartentransaktion bleiben, wollen wir uns einmal ansehen, wie das mit den Blockchain-Transaktionen so funktioniert. Weil wir wollen ja am Ende das gleiche Ergebnis haben. Also wir hätten ja gerne, dass der Shop dann 5 Euro am Konto hat und ich 5 Euro weniger. Ja, angenommen, wir haben 5 Freunde, um das Ganze etwas einfach zu gestalten und wir geben 5 Freunden eine Kopie dieses Ledgers. Also wir geben den 5 Freunden eine Kopie dieses Journals. Und dann hätten wir gerne, dass diese 5 Freunde ihren Ledger, also ihr Journal updaten, also aktualisieren und diese Transaktion gerne eintragen. Also Sie sehen schon, das Ganze funktioniert etwas anders. Hier muss man Teilnehmer einer Transaktion, also Teilnehmer eines gemeinsamen Ledgers überzeugen, dass eine Transaktion tatsächlich richtig ist. Und die Frage ist, wie bekommen wir diese Transaktion denn nun an diese Freunde und wie funktioniert dieser Prozess? Das ist ja das eigentlich Spannende an der Blockchain und dass das so heiß diskutiert wird und das so heiß gehandelt wird. Und hier möchte ich ein bisschen in diese Materie eingreifen und Ihnen nun zeigen, wie dieser Ledger von diesen 5 Freunden aktualisiert wird und wie diese Transaktion eingetragen wird, denn das funktioniert mittels Mining. Und am Ende werden Sie dann sehen, wo auch diese Coins eigentlich herkommen. Gut, Mining, da gibt es jetzt eine Anzahl an Algorithmen, die man hier anwenden könnte und der derzeit beliebteste und auch umstrittenste ist Proof of Work. Das heißt, hier muss Energie aufgewendet werden, um zu zeigen, dass es dir quasi wichtig ist, diese Transaktion an diese Freunde zu verteilen. Aber du wirst natürlich auch dafür entlohnt. Und das ist dieses ökonomische Prinzip auf der Blockchain für dieses Mining. Dort kommen diese Coins nämlich her, dass jemand Energie aufwenden muss derzeit, um dafür entlohnt zu werden. Und die Entlohnung wird immer weniger und die Energie, die aufgewendet wird, wird immer mehr. Das heißt, es gibt hier einen komischen Zusammenhang, der irgendwann wahrscheinlich nicht mehr die Balance halten wird. Aber wie funktioniert denn das? Und das funktioniert mit Hashing. Und wenn Sie jetzt aussteigen, weil Sie das noch nie gehört haben, dann bleiben Sie doch noch ein bisschen dran, denn ich möchte hier einen Vergleich ziehen, der vielleicht leicht verständlich ist. Und Hashing ist nämlich irgendwie wie ein Mixer oder wie eine Fruchtpresse, kann man sich das so vorstellen. Man kommt also von der Orange zum Fruchtsaft oder zum Orangensaft, aber man kommt vom Orangensaft nicht mehr wirklich auf die Orange. Das heißt, wenn ich diese Orange einmal ausgepresst habe, dann habe ich einen tollen Saft, aber komme nicht mehr zurück. Und egal, wie ich das jetzt mache, ich kann mir nicht mehr in die Orange hinein, kann aus dem Saft keine Orange mehr machen. Und genauso ist Hashing, das ist eine mathematische Operation, dass Sie eine Anzahl an Eingängen haben oder einen Eingang haben, der wird irgendwie transformiert und Sie bekommen etwas heraus, aber Sie kommen von dem, von diesem Ergebnis, kommen Sie nicht mehr auf den Eingangswert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es hier auch bei verschiedensten Eingangswerten keine gleichen Ausgangswerte gibt und so weiter. Und das ist das Grundprinzip, das hinter diesem Algorithmus steht. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie das eigentlich verwendet wird. Also sagen wir, man weiß, dass man hier einen Orangensaft hat oder einen Saft hat. Und als Mensch sieht man diesen Saft und kann sagen, ja, das ist wahrscheinlich ein Orangensaft, aber stellen Sie sich vor, es ist irgendein Multivitaminsaft und ich gebe Ihnen eine Palette von verschiedensten Früchten und Obstsorten und sage, der Erste, der herausgefunden hat, woraus genau dieser Saft besteht und in welchen, ja, wie viel von welcher Sorte dieser Saft quasi gepresst worden ist und den Geschmack genau herausfindet, der kann bestimmen, welche Transaktionen in den nächsten, also an die Freunde verteilt werden und bekommt auch dafür nochmal 5 Euro. Und dann werden vielleicht alle Freunde anfangen zu suchen und verschiedenste Sachen auspressen und mixen und irgendwann wird einer draufkommen, ja, dieser Saft, das ist ja eigentlich nur Orangensaft und der darf sich dann aus diesem Transaktionspool, also aus der Anzahl an offenen Transaktionen, die heraussuchen, die er gerne an die Freunde verteilen möchte und bekommt auch selbst noch einen sogenannten Mining Reward, also er wird dafür belohnt, dass er das Richtige herausgefunden hat. Ja, in der echten Welt sind das natürlich keine Saftpressen und auch keine Gemüsesorten, die hier gemischt werden, sondern im richtigen Mining sind das große Zahlenreihen, die probiert werden und je größer die Zahlenreihen sind, die probiert werden können, desto schwieriger wird es, den Eingangswert zu einem Ausgangswert zu finden. Also es kann sich da so vorstellen, dass hier immer mehr Obst- und Gemüsesorten in diesen Saft hineinfließen und es immer mehr Möglichkeiten gibt, herausfinden zu müssen, wo dieser Saft eigentlich herkommt und dafür gibt es ganz spezielle Computer, das sind natürlich keine Saftpressen, sondern das sind ganz spezielle Computer, die sehen so aus, die sind spezialisierte kleine Chips, die eigentlich nur eine Aufgabe haben, das ist sogenanntes Hashing zu betreiben. Und diese werden dann in großen Datenzentren, die hier schön abgebildet, aber auch durchaus nur Lagerhallen irgendwo in China oder Kasachstan sind und hauptsächlich Strom in Wärmeenergie umwandeln. Ja, das ist ein großes Problem, das ist keine Frage, das ist auch einer der größten Kritikpunkte derzeit an den Blockchains. Ja, braucht das denn nicht so viel Energie wie ein kleines Land? Und da möchte ich gerne meinen ersten Gast herzlich willkommen heißen, Herrn Thomas Zeinzinger. vom Lab10, der uns hier etwas darüber erzählen wird. Ja, ich bin jetzt hier am Call mit Thomas Zeinzinger, Co-Founder vom Lab10 Collective. Thomas Zeinzinger, vielen Dank, dass ich heute die Zeit nehme für das kurze Interview. Das Lab10 Collective hat derzeit als Hauptprodukt eine Kryptowallet und Herr Thomas Zeinzinger hat sein Leben quasi Zero Carbon Emissions verschrieben und ist natürlich ein wunderbarer Ansprechpartner, wenn es um den Energieverbrauch auch von Blockchains geht und freue mich daher sehr, kurz über diesen Energieverbrauch von Blockchains mit ihm sprechen zu können. Ja, na ja. Herzlichen Dank für die Einladung und bin schon gespannt, was ich dazu beitragen kann. Ja, also wir haben in unserem Vortrag kurz über den Stromverbrauch von Blockchains gesprochen und dass hier natürlich sehr viele kleine Rechner sehr viel Strom quasi in Wärmeenergie umwandeln und dass das auch ein Problem ist, aber auch gerne oftmals emotional instrumentalisiert wird von Zeitungen oder von irgendwelchen selbsternannten Experten im deutschsprachigen oder internationalen Raum. Wie sehen Sie das? Was ist Ihre Meinung dazu? Naja, also Stromverbrauch ist natürlich was Einfaches, was man relativ einfach erfassen kann und aus meiner Meinung nach kommt diese ganze Debatte aus dem heraus, dass man eben in der EU vor allem eben über Energieeinsparung viel erreichen wollte. Man braucht nur an Stromsparlampen oder an Stand-by-Verbrauch bei Geräten denken, was man heute irgendwie auch festgestellt hat, dass Effizienzsteigerungen beim Strom bestenfalls irgendwie mehr Verbräuche beim Strom kompensieren können und zum Klimawandel eigentlich einen wertvollen Beitrag liefern können. Und eins ist, glaube ich, wichtig oder so zu verstehen bei Proof-of-Work, was eben verwendet wird für Bitcoin-Mining und auch Ethereum zum gegebenen Zeitpunkt, muss man verstehen, dass eben dieser Stromverbrauch quasi auch das Netzwerk absichert. Und das ist die eigentliche Funktion von der ganzen Aktivität, die Absicherung des Netzwerkes. Und aus meiner Sicht sollte man das ganze Thema ein bisschen so aus einer ein bisschen höheren Perspektive betrachten. Es geht weniger um den Stromverbrauch, sondern es geht mehr um das, womit dieser Strom hergestellt wird. Und dort sieht man natürlich, dass Miner dorthin gehen, wo der Strom am billigsten ist. Und dann sieht man natürlich auch, dass quasi unser immer noch Existierendes, trotz aller Klimakonferenzen, die es inzwischen gegeben hat, ich glaube, 26 in der Zahl, werden fossile Energieträger so massiv subventioniert, dass eben der Strom in manchen Ländern so wenig kostet, dass man dort dann auch wiederum entsprechend viele Miner findet. Nur um quasi das irgendwie darzustellen, im Iran kostet die Kilowattstunde 0,5 Cent. Und logischerweise gibt es Miner in Iran. Das heißt, aus meiner Sicht ist das eigentliche Problem nicht der Stromverbrauch, sondern das eigentliche Problem ist das, wo kommt dieser Strom jetzt her für das Netzwerk, damit es auch gesichert werden kann. Und würden Regierungen aufhören, fossile Energieträger zu subventionieren, dann hätten wir wahrscheinlich sogar innerhalb von Bitcoin eine massive Investitionsstätigkeit in erneuerbare Energien und würden ausschließlich mit erneuerbarer Energie und mit erneuerbarem Strom quasi das Mining betreiben, weil es eigentlich das billigste Mining ist, außer es wird subventioniert von Regierungen. Und weil das eine globale Operation ist, sehe ich das eigentlich als Hauptproblem, dass quasi auf dem Globus immer wieder irgendwo einzelne Regionen sind, die fossile Energieträger subventionieren und damit einerseits den Klimawandel befeuern, aber natürlich auch die Miner anziehen. Und für mich ist der Stromverbrauch von Bitcoin weniger das Problem oder von Ethereum weniger das Problem. Für mich ist eher der Stromverbrauch, gut kommt daher. Und da ist eigentlich eher die Subventionierlogik der Regierungen für mich das Hauptproblem und eigentlich ein Versagen der Politik. Jetzt haben Sie kurz angesprochen, dass dieser Proof-of-Work-Algorithmus, der diesen Stromverbrauch verursacht, dass dieser bei Bitcoin gegeben ist und bei Ethereum noch gegeben ist. Wenn wir diesen Algorithmus jetzt sagen wir ändern, wäre das eine Verschlimmesserung? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist Ihre Meinung dazu? Ja, die Alternative zu Proof-of-Work ist ja Proof-of-Stake. Und im Prinzip ändert man da die Absicherung des Netzwerkes von Energieverbrauch oder Stromverbrauch hin zu einer Absicherung mit den Coins, mit quasi der Kryptowährung von dem jeweiligen Netzwerk. Und dann staked man, also man setzt das ein und sichert eigentlich mit dem Wert von diesem Netzwerk, sichert man das jeweilige Netzwerk ab. Und damit kann man quasi einen Großteil des Energieverbrauchs substituieren. Das heißt, man braucht eigentlich nur mehr Server, die schön verteilt sind und Coins, die schön verteilt sind in diesem Netzwerk und sichert quasi das Netzwerk, sichert sie über den Wert, der in dem Netzwerk gespeichert ist, quasi selbst ab. Und dann hat man das Thema Energieverbrauch gelöst. Das heißt, im Endeffekt, man hat einfach kein Thema mehr, dass man eben ein riesiges Mining-Netzwerk oder so fahren muss. Man hat aber auch andere Probleme. Man hat quasi Probleme, die man irgendwie meistern muss. Man muss schauen, dass die Coins nicht komplett konzentriert nachher in den Händen von ganz wenigen sind. Man hat quasi auch noch andere technische Probleme. Das würde ich jetzt nicht unbedingt ausführen, damit man überhaupt so ein System quasi gut absichern kann, aber eben auch quasi permanent am Laufen hält. Weil wir wollen ja Systeme haben, die was nicht an der Neulegebote einmal stehenbleiben und dann irgendwie wieder anfahren müssen, sondern wir wollen Systeme, die was durchgängig laufen und trotzdem schön verteilt sind. Und man sieht im Endeffekt bei Ethereum, das eben darauf hinarbeitet, auf Proof of Stake umzustellen, wie schwierig das ist, wenn man das wirklich ernst nimmt. Und Ethereum gibt es seit 2014 oder 2015. im Prinzip läuft es, aber es war eigentlich schon immer klar, dass Ethereum von Proof of Work weggehen will und auf Proof of Stake umsteigen möchte. Und jetzt haben wir 2022 und wir sagen wir mal, gehen jetzt einmal davon aus, dass im Herbst die Umstellung kommen soll, wo es eigentlich schon im letzten Herbst kommen hätte sollen, wo es eigentlich schon im letzten Herbst kommen hätte sollen und so weiter. Das heißt, man sieht sehr klar, dass, wenn man das Thema ernst nimmt, es unglaublich schwierig ist, quasi ein neues System zu entwickeln, das was ähnliche Eigenschaften hat wie Proof of Work und eben auch quasi die Absicherung hat. Und deswegen einerseits eine gute Entwicklung, vor allem wenn es dann in eine skalierte Anwendung kommt, aber andererseits sollte man sich auch nicht quasi irreleiten lassen, dass schnell hingeschustert ist, um es auf schön österreichisch zu sagen, System im Proof of Stake nur ansatzweise quasi dauerhaft funktioniert. Und um das geht es ja. Es soll ja im Endeffekt ein dauerhaft funktionierendes System sein, das gut dezentralisiert bleibt und möglichst wenig Angriffen oder keinen Angriffen irgendwie unterliegt, so einfach quasi resilient ist. Und das ist schwierig und das wird entwickelt und das ist eine gute Entwicklung, aber man sollte jetzt dann auch quasi Realismus herrschen lassen und sagen, okay, Ethereum arbeitet schon sehr, sehr lang dran und es dauert, bis dass man da eben was gefunden hat, was dann auch resilient funktionieren kann für lange Zeit. Jetzt merkt man schon, wenn man über das Thema spricht, es sind sehr viele Fachbegriffe da enthalten und man merkt auch, man steckt vielleicht noch relativ früh in der Entwicklung und wenn jetzt jemand das Video sieht, der vielleicht doch wenig von Blockchains gehört hat, würden Sie sagen, der ist relativ früh dran oder wir sind schon relativ nah an etwas Consumer-Ready, im Blockchain-Bereich sind wir, wo stehen wir da in der Zeitlinie und wenn man sich vielleicht diese Adaptionskurve anschaut, wo man sagt, da hat man die Early Adopter und dann hinten nach die Leggards, sind die da noch ganz früh in der Phase oder sind hier schon einige Dinge entwickelt worden? Was kommt da auf uns zu? Was ist Ihre Meinung dazu? Also, vielleicht insofern, Blockchains bieten ja was, was wir bis jetzt nicht gehabt haben. Das heißt, wir haben, Blockchains geben die Möglichkeit, dass man wirklich Peer-to-Peer, also zwischen einzelnen Leuten, eben einen Austausch macht von Werten und dadurch lassen sie komplett neue Applikationen bauen, ganz besonders im Decentralized Finance-Bereich sieht man das jetzt sehr stark und was man auf der anderen Seite auch sieht, natürlich über den ganzen Hype, den man so hat, ich sage mal, generell jetzt die Wertsteigerungen im Kryptobereich, aber natürlich auch so Dinge wie NFTs. Dort kommen viele Millionen neuer Leute in den Space. Jetzt könnte man sagen, Early Adopter, ich bin mir nicht sicher, ob wir den Casm, also quasi von den Early Adoptern zu den, zu hin zu den, zu den, zu der ersten größeren, breiten Nutzung oder so schon irgendwie übersprungen haben. Ich glaube ja, dass man das so Schritt für Schritt, peu à peu wahrscheinlich machen wird. Aktuell, die meisten Leute oder so verlassen sich eben auf zentrale Exchanges, wenn sie irgendwie einsteigen, sie machen nochmal einen Account, sie gehen im Endeffekt zu einer Kryptobank und kaufen sie dort ein paar Coins und schauen einmal, wie sich das irgendwie verhält, machen das so ein bisschen als quasi Alternativinvestment, wenn man nicht den Aktien anlegt, legt man halt den Krypto an und insofern finde ich das eigentlich eine ganz gute Entwicklung, da schon mal so die ersten Berührungspunkte zu haben. Dinge wie DeFi aus meiner Sicht sind noch nicht ausreichend entwickelt, dass da irgendwie Einsteiger gut damit zurechtkommen, da muss man sich doch sehr intensiv damit beschäftigen und das ist nicht auf Knopfdruck verfügbar und funktioniert auch nicht alles auf Knopfdruck und es gibt eine unglaubliche schiere Auswahl an verschiedensten Plattformen und was man alles machen kann und jede funktioniert ein bisschen anders. Insofern würde ich mal dort sagen, da hat die Konsolidierung noch nicht stattgefunden, da ist eher so die Cumbrian Explosion, da ist im Endeffekt alles Mögliche da, da kann man irgendwie ja alles, alles Mögliche tun, aber es ist wirklich noch nicht an dem Punkt. Ich glaube eher, wir sind wahrscheinlich immer noch in den 90ern, wenn man sich mit dem Internet vergleicht, aber so die nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahre wird sich halt mehr und mehr das konsolidieren, mehr quasi auf die Masse irgendwie einstellen und eben auch sowohl die zentralen Angebote als auch quasi die dezentralen Angebote, die dem natürlich hinten auch hängen, weil einfach die Entwicklung schwieriger ist und weil die Usability oft ein bisschen komplizierter ist, bis dass die Usability für dezentrale Applikationen den Level erreicht hat, wie was man bei einer zentralen Applikation hat. wird sicher noch dauern und man wird dann wahrscheinlich beides haben und die, die keine Angst haben, dass ihnen die Kryptowerte auf der Bank gestohlen werden, sie bleiben halt auf der Bank und die anderen, die irgendwie hergehen und sagen, das ist mir zu riskant, die gehen dann möglicherweise in den dezentralen Bereich und sagen, okay, ich verwalte mein Krypto selbst. Jawohl. Ja, dem möchte ich gerne das Gespräch abschließen. bedanke mich für Ihre Zeit und hoffe, ich kann Sie wieder mal zu einem Interview begrüßen. Gerne, ja. Jede Zeit wieder. Ja, jetzt sagen wir, der eine Freund hat diesen Orangensaft jetzt herausgefunden und darf jetzt bei sich selbst natürlich die Transaktion eintragen, dass der Thomas jetzt gerne an den Shop diese 5 Euro übertragen möchte und darf sich selbst 5 Euro geben und Sie sehen schon, die anderen Freunde haben hier nachgezogen, aber wie funktioniert denn das eigentlich? Warum wissen die anderen Freunde plötzlich, dass hier eine Transaktion stattgefunden hat? Das muss doch irgendwie übertragen worden sein. Telefonieren die oder schreiben die sich ein E-Mail oder wie geht das? Und das geht mittels Blöcken. Also es funktioniert genau genommen folgendermaßen in dieser Blockchain, das ist der unterliegende Begriff dazu, dass hier ein erster Block, also ganz am Anfang ein Block per Hand generiert wird, der wird noch manuell geschrieben und danach geht es eigentlich nur mehr mittels Mining weiter und dann gibt es einen Mining-Prozess, irgendjemand findet den richtigen, die richtigen Obst- und Gemüsesorten zum richtigen Saft und darf sich dann aussuchen, welche Transaktionen da hineinkommen und generiert dann einen Block und von dem wird dann wieder Mining betrieben und das generiert dann noch einen Block und so weiter und so fort und wir sind derzeit, also zur Zeit, wo ich dieses Video jetzt aufgenommen habe, sind es 14.544.572 Blöcke, die bereits auf der Ethereum-Blockchain gemeint, also generiert worden sind und diese Blöcke sind auch miteinander verschränkt, das ist das eigentlich Wichtige daran, dass dieser Block quasi einen Teil dieses Blocks enthält und so weiter und so fort, einen kleinen Teil und würde ich diesen Block ändern, würden sich alle folgenden Blöcke ändern müssen und das geht natürlich nicht, da müsste ich alle meine Freunde überzeugen, dass sie das auch tun müssen, also diese Änderung auch in ihren eigenen Ledger eintragen müssen, daher diese dezentrale Element, dass man einen Ledger, einen Journal an viele Personen verteilt und ihnen einen gemeinsamen Algorithmus gibt, um zu sagen, ja, wir können das schon aktualisieren, aber nur dann, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt worden sind und diese sind nämlich durch das Mining geschaffen. Das funktioniert sehr gut, das funktioniert so gut, dass es von ganz diversen Blockchains schon kopiert worden ist und verbessert oder verschlechtert oder verändert worden ist und hier einige Eigenschaften einfach anders gemacht worden sind von Blockchains, da dieses Mining oft zu lange dauert, verschiedene Eigenschaften wie Sicherheiten hat und so weiter und so fort, auf die möchte ich nicht näher eingehen. Ja, und das Ganze funktioniert dann so, dass sich diese fünf Freunde miteinander verbinden und quasi diese Blöcke herunterladen. Ja, diese Information ist öffentliche Information, hier wird nichts hinter verschlossenen Türen gehandelt und diese Kopien der Blockchain sind quasi dezentral bei allen Beteiligten gespeichert und man kann sich dann zu diesen Beteiligten, also zu diesen Blockchain mit Usern, also zu diesen Blockchain Nodes heißen sie, verbinden und kann sich die Blockchain herunterladen, Block für Block und das funktioniert genau so, das heißt auch Block Sync oder Block Download und das Wichtige daran und das ist das eigentliche Grundprinzip, möchte man Informationen ändern, dann muss man mehr als die Hälfte der Beteiligten überzeugen, dass die Änderung richtig ist, denn sobald mehr als die Hälfte der Beteiligten beschlossen hat, ja die Information in einem Block und die Information in diesen Transaktionen ist korrekt und wir fügen das in unseren Ledger, in unser Journal ein, dann wird das quasi als richtig akzeptiert und die akzeptieren das aber nur, wenn sie dem Algorithmus folgen, daher ist es eigentlich müsste es unmöglich sein, quasi etwas in diesen Ledger einzufügen, das dort nicht hingehört. Ja und da es öffentliche Information ist, gibt es natürlich einige Seiten, die sich das zunutze machen und die Information auch aufbereiten, so dass man hier als normaler Benutzer einer Blockchain nachsehen kann, welche Transaktionen hat es gegeben, welche Blöcke sind hier gemeint worden, von wem wurde das gemeint, wie viele Transaktionen sind in einem Block und so weiter und so fort, also da kann man einiges herausfinden und es gibt natürlich diesen Auditierungspfad nach hinten, man kann zu jedem historischen Block gehen und sehen, welche Transaktionen wurden denn dort gemacht. Das heißt, das Gute daran ist, dass wenn der Thomas diesem Shop quasi 5 Euro schickt und der Shop diese 5 Euro dann weiterschickt, das Ganze ist transparent auf der Blockchain nachvollziehbar und auch einsehbar, also da gibt es neben diesen sogenannten Block Explorern, also diesen Seiten, die diese Information aufbereiten, gibt es auch Tools, die sich darauf spezialisiert haben, Transaktionen zu folgen und zu sehen, wo fließt das Geld hin, wo kommt es her, was wurde damit gemacht. Und um die Frage des Emittenten zu klären, auf einer regulären Blockchain gibt es am Anfang, eventuell in diesem ersten Block kann man hineinschreiben, wer wie viele Tokens oder wie viele dieser Coins besitzt und danach werden diese Coins ausschließlich über das Mining generiert, also da gibt es keine Neben Abkommen oder irgendwelche komischen Programmierungen, dass hier etwas generiert wird, es wird ausschließlich über das Mining generiert und es gibt diesen sogenannten Block Reward und das wird durch den Minern gemacht, also wenn man dann in einen dieser Blöcke hineinsieht, dann kann man das auch erkennen, das habe ich dann später noch auf einem Bild, das zeige ich Ihnen noch. Die Blöcke werden von allen Beteiligten heruntergeladen und das Wichtige ist, sie werden dann nochmals überprüft und dann permanent gespeichert. Das heißt, wenn ich hier auf einem Block bin, der diese Transaktion noch nicht hat, dann würde dieser Ledger auch anders aussehen und wenn ich dann diesen letzten Block von meinen Freunden heruntergeladen habe und das geht vielleicht nicht direkt von dem, der das gemeint hat, also der diesen Block erstellt hat, sondern es geht vielleicht über drei Ecken, also dass ich sage, dieser Freund schickt die Daten an diesen Freund und der speichert das dann dorthin und der verbindet sich eigentlich zu dem, also da gibt es, die verbinden sich gegeneinander wie es gerade passt, da der Algorithmus selbstständig dafür sorgt, dass die Information, die in diesen Ledger hineinkommt, sicher ist und auch überprüft werden kann. Ja, das zweite Aha-Erlebnis, das hier sehr viele Leute haben, wenn ich diesen Kurs auf Englisch gebe, ist, es gibt ja nicht eine Blockchain, es gibt nicht die Blockchain, es gibt nicht die Bitcoin-Blockchain, sondern es gibt sehr viele Blockchains, da gibt es die Ethereum-Blockchain, da gibt es Solana, da gibt es Terra, da gibt es noch viele mehr und die haben sich alle auf verschiedene Themen spezialisiert, manche möchten gerne ein bisschen weniger Sicherheit haben, dafür ein bisschen schnelleres Mining und ein bisschen mehr Transaktionen speichern und hier gibt es gewisse Trade-offs, die sich dann versuchen in der Balance zu halten und dem User verschiedene Vorteile und Nachteile geben. Ja, die erste war die Bitcoin-Blockchain, das ist die Mutter aller Blockchains, die man aus den Nachrichten und aus den Zeitungen kennt und danach wurde dann ausgrund dieser Smart-Contracts, dieser smarten Kontrakte, die dort gefehlt haben, wurde dann die Ethereum-Blockchain gegründet und da gibt es, Namen werden Sie wahrscheinlich schon gehört haben, von Vitalik Buterin, der diese Ethereum-Blockchain quasi ins Leben gerufen hat. Aber er hat auch selbst damit eigentlich nichts zu tun, ist natürlich von der Community ist er die angesehenste Person, aber wenn jetzt jemand hergeht und sagt, oder wenn die Mehrheit der Teilnehmer hergeht und sagt, sie möchte eigentlich nicht das tun, was Vitalik gerne hätte, dann kann auch er nichts tun dagegen, also da sind ihm die Hände gebunden, das liegt in der Community. Ja, die Frage ist aber, woher wissen denn, oder woher weiß denn die Blockchain, dass diese Transaktion wirklich von mir stammt, da könnte jetzt da irgendwer herkommen und sagen, ja, jetzt heb mal 5 Euro vom Thomas ab und transferier das zu mir, das muss doch irgendwie einfach gehen. Und die Sache ist, das geht nicht so leicht und hier steckt ein anderer Algorithmus dahinter, also jetzt hatten wir ja das Hashing mit dem Orangensaft und dem Orangen, man muss irgendwie herausfinden, woher welche Frucht zu dem Saft passt ist und die Transaktionen selbst funktionieren mit einem anderen Algorithmus, der hat den schönen Namen ECDSA und nicht ganz so leicht zu verstehender Name, Elliptic Curved Digital Signature Algorithm, also hier geht es um irgendwas mit Signaturen und das kann man sich so vorstellen, dass es hier einen Brief gibt quasi, ich möchte ihr der Blockchain etwas mitteilen, irgendjemand möchte gerne Informationen verschicken und zwar in einer sicheren Art und Weise und um das sicher zu gestalten, also sagen wir ich möchte mit Ihnen eine Information austauschen und da gibt es ja verschiedenste Ideen, wie man das fälschungssicher machen könnte und sagen wir wir tauschen eine geheime Zahl aus, ich sage Ihnen wissen Sie was, ich schicke Ihnen einen Brief und damit Sie wissen, dass der wirklich echt ist, nehmen Sie die Anzahl der Zeilen und multiplizieren Sie diese mit 1, 2, 3, ich werde das gleiche tun und ich werde ganz rechts unten diese Zahl hinschreiben und Sie bekommen quasi diesen Brief und Sie nehmen die Anzahl der Zeilen also sagen das ist ein 40 zeiliger Brief und Sie multiplizieren die Anzahl der Zeilen mit 1, 2, 3 und 4920 heraus und Sie sehen rechts unten im Brief 4920 hat gestrichen oder eine der Zeile hinzugefügt und haben diesen Brief quasi verifiziert als echt Jetzt ist natürlich das Problem an dieser Methode das kann ja leicht herausgefunden werden und irgendjemand kann auch die Zahl verändern und dann kann man verschiedene Verbesserungen durchführen wie zum Beispiel multipliziert die Zeilenanzahl mit dem Prüfwert des letzten Briefes dividiert durch das Datum im Brief und so weiter und so fort aber wird das wirklich besser nein nicht wirklich können Sie sich schon vorstellen das wird einfach nur komplizierter und es bringt eigentlich nichts denn ich muss ja die Geheimzahl zuerst oder diesen Algorithmus wie Sie das dann multiplizieren zuerst an sie irgendwie bekommen und da muss ich ihnen wieder einen Brief schreiben also eigentlich nicht alle Leser des Briefes also eine öffentliche Information sagen wir aber diesen Brief auf Echtheit überprüfen können und hier kommt dieses ECDSA eigentlich zur Rettung und das passiert auf einem sogenannten privaten und öffentlichen Schlüssel bevor Sie jetzt abschalten kann ich Ihnen sagen es gibt auch hier einen leichten Vergleich Sie kennen vielleicht diese Siegel aus der Vergangenheit werden heute noch selten benutzt Wachssiegel wo heißt es Wachs ein Brief wird geschlossen heißes Wachs kommt drauf und dann mit einem Eisenstempel kommt dieses Siegel drauf also man sollte meinen man kommt relativ leicht von diesem Eisenstempel zu diesem Wachssiegel aber man kommt sehr schwer von diesem Wachssiegel wieder zum Eisenstempel dann müsste man selbst irgendwie gravieren und so weiter und je nach Schwierigkeitsgrad mal leichter mal schwieriger aber wir gehen davon aus dass wir aus diesem Wachssiegel nicht mehr zurück zum eigentlichen Eisenstempel kommen also wir haben eine Einweg Operation geschaffen man kommt vom Eisenstempel zum Wachssiegel mit dem schönen Muster drinnen aber man kommt nicht mehr zurück und genauso ungefähr genauso funktioniert das mit der Signatur also ich habe einen privaten Schlüssel in dem Fall ist das eine mathematische Operation eine kryptografische Operation ich habe einen langen Schlüssel und ich habe den Brief und ich hätte gerne dieses Wachssiegel generiert ich nehme also pack diesen Brief ein und versiegel ihn mit einem Wachssiegel und würde ich den Brief ändern wollen müsste ich das Siegel aufbrechen und bräuchte wieder meinen privaten Schlüssel um dieses Wachssiegel wieder zu generieren es funktioniert so ähnlich aber Sie können sich das so ungefähr vorstellen und dann geht der Brief an Sie und Sie sehen Sie kennen mein Wachssiegel das ist irgendwo öffentlich verfügbar zur Verifikation und können das quasi vergleichen und sehen ja das ist das gleiche Wachssiegel sehr gut der Brief ist echt der Brief kommt wirklich von Thomas und nun kann ich guten Gewissens diese Transaktion mit den 5 Euro starten ganz so einfach funktioniert das nicht mit ECDSA aber das Prinzip ist das gleiche es ist ein sehr langer Schlüssel also es ist in Falle von Ethereum ist das ein 64 Zeichen langer Schlüssel der ist sehr sehr schwer zu erraten den erstellen Sie selbst der basiert auf Zufallswerten und wenn Sie ja der ist so lange dass man eigentlich mehrere Jahrhunderte bis nicht Jahrtausende brauchen müsste um den durch probieren wieder zu erraten das heißt der ist so lange dass es eigentlich unmöglich ist wieder einen zweiten dieser Schlüssel zu generieren und es gibt eine mathematische Operation die den quasi nimmt und in einen öffentlichen Schlüssel verwandelt und das passiert ein bisschen so wie das Prinzip des Orangensafts wo die Orange quasi in den Saft verwandelt werden kann aber nicht mehr umgekehrt aber auch nicht mehr erraten werden kann welche Eingangsfrucht das eigentlich ist und das heißt diese private Schlüssel kann immer wieder in diesen öffentlichen Schlüssel umgewandelt werden aber der öffentliche Schlüssel niemals in den privaten Schlüssel und hier kommt der Trick an der Sache und das sie wollen diese Transaktion quasi von einer Person an die andere schicken und es geht nicht mehr von Thomas an den Shop sondern es geht von einem öffentlichen Schlüssel an einen anderen öffentlichen Schlüssel und der muss aber signiert werden und ich kann mit diesem privaten Schlüssel gewisse Daten signieren und bekomme dann eine Signatur das ist so ähnlich wie das Wachssiegel und jetzt kommt der mathematische Trick daran und darauf bauen die meisten Blockchains eigentlich auf ich komme von der Transaktion plus der Signatur wieder zurück auf den öffentlichen Schlüssel das heißt ich kann mit meinem privaten Schlüssel etwas signieren und komme auf den öffentlichen Schlüssel und ich kann mit meinem privaten Schlüssel einen öffentlichen Schlüssel generieren aber ich komme niemals wieder zurück auf den privaten Schlüssel und genau darauf passiert ECDSA und genau darauf passiert auch das Prinzip dass jemand herausfinden kann ja von Thomas der hat das wirklich signiert das kann ich sehen an dieser Signatur ich kann das mathematisch prüfen und ich kann das mathematisch auch beweisen ja das ist jetzt schon aus der echten Welt wenn Sie ein Wallet nehmen wie zum Beispiel Metamask heißt dieses Wallet hier und dann sehen Sie dass das hier meine Adresse ist meine Ethereum Adresse Sie bekommen also eine Adresse das ist nicht mein Name ist zwar Account 1 der wird automatisch vergeben kann auch XYZ heißen das Wichtige daran ist die Adresse und das ist der öffentliche Schlüssel wenn Sie also so ein Wallet nehmen dann generiert das einen privaten Schlüssel den sehen Sie nicht und generiert daraus einen öffentlichen Schlüssel und dann können Sie Transaktionen senden und jedes Mal wenn eine Transaktion gesendet wird dann wird eine Signatur generiert diese Transaktion das Signatur ja stimmt kommt wirklich von Thomas von diesem öffentlichen Schlüssel der möchte gerne dort an den Shop etwas schicken das alles passt und schickt das ab das geht natürlich nur wenn genug Geld am Konto ist das ist automatisch und inhärent so gegeben Sie können nicht unter Null gehen und das wird einfach dann kryptografisch so überprüft und funktioniert dann einfach ja das Ganze funktioniert auch nur über das Mining das heißt ich kann nicht selbstständig eine Transaktion in einen Block hinein bekommen und das funktioniert über einen sogenannten Transaktions Pool das heißt ich schicke ich möchte ich bezeuge meine ich würde gerne diese Transaktion schicken und schicke das quasi an die Blockchain aber das ist noch nicht in einem Block drinnen das muss erst von einem Miner genommen werden und kann dann in einen Block integriert werden und diese Blöcke werden dann wieder heruntergeladen es wird alles überprüft das passt und wird dann in die Blöcke in die eigenen Ledger von diesen Teilnehmern hineingeschrieben ja und Sie sehen schon natürlich geht es hier nicht um Namen die diesen Ledger drinnen stehen sondern es sind natürlich nur Adressen also quasi öffentliche Schlüssel die aus diesen privaten Schlüssel die nur der Besitzer dieser Adressen hat dann werden die Werte wie viele Tokens oder wie viele Coins jemand hat dort gehalten also wenn man sich dann einmal so einen Block genauer ansieht das habe ich ja vorhin schon erwähnt dann können Sie sehen das ist der Block 14 552 533 der hier gemeint wurde da drinnen sind 160 Transaktionen wurden hier mitgenommen und der wurde von dieser Adresse hier gemeint und zwar in 17 Sekunden und der hat zwei Ether dafür bekommen plus noch ein bisschen für die Transaktionsgebühren und dann gibt es noch mehr Informationen und das ist alles öffentliche Informationen also Sie können hier auf etherscan.io gehen und sich das selbst ansehen wenn man dann sich die Transaktionen in diesem einen Block anseht also ich bin hier im Block dann sehen Sie auch die Transaktionen selbst und sehen dann auch noch andere Dinge darauf komme ich gleich zu sprechen aber nochmals es ist alles öffentliche Information hier wird nichts geheim gehalten die Frage ist dann natürlich trotzdem sind denn Blockchains nicht nur was für kriminelle und Drogendealer hört man ja immer wieder aus den Nachrichten das ist ja nur was für die schlimmen Finger und da sollte man als Normalsterblicher doch die Finger davon lassen hier möchte ich gerne meinen zweiten Gast herzlich willkommen heißen und möchte auch ihm die Frage stellen die ja oft eine emotionale Debatte ist sind denn Blockchains nicht nur was für kriminelle ja es freut mich sehr heute bei mir Herrn Matthias Rehler zu begrüßen er selbst ist Bitcoin Key Account Manager bei Österreichs ältestem Bitcoin Broker Coinfinity Selbst Finanzblogger Buchautor und Externer Lektor an der FH Burgenland zum Thema Kryptoeconomie herzlich willkommen Ja wunderbar dass du da bist ich möchte gleich mit der ersten Frage starten in dem Vortrag den ich vorher gegeben habe geht es auch darum dass ja oftmals eine emotionale Debatte ausgelöst wird dass Bitcoin und Blockchains das ist ja nur was für Kriminelle da sollte man noch besser die Finger davon lassen und das ja wird oft einfach polarisiert wie ist deine Meinung dazu Ja mit der Aussage bin ich natürlich nicht so ganz glücklich erstens einmal ist Blockchain für mich ein viel zu starker Überbegriff ja auch zum Beispiel bringe jetzt immer ich für mich als Ex-Banker auch immer Teile aus der Finanzindustrie da gibt es diesen Überbegriff Derivate ja der sozusagen alles subsumiert was an Zertifikaten an sozusagen Abbildungen da ist und die Blockchain ist viel zu unspezifisch wie ich immer dazu sage es ist zwar ein schönes Passwort was jeder in den Mund nimmt und irgendwo in den Raum schmeißt und damit vielleicht auch ein bisschen sozusagen angeben kann was er denn nicht schon weiß aber auf der anderen Seite musst du stark differenzieren was welche Blockchain ist genau gemeint ist es eine Public Blockchain oder ist es eine Private Blockchain das heißt ist es für jeden sozusagen möglich an dieser Blockchain zum Beispiel Lese- oder Schreibrechte zu sich anzueignen oder ist sie sozusagen von einer Firma oder auch von einem Staat sozusagen im Besitz und dieser einzelne Akteur gibt dann sozusagen vor wer Lese- und Schreibrechte hat also wir sprechen hier sozusagen von einem entweder von einem Open Source total dezentralen System wie zum Beispiel die Bitcoin Blockchain und das ist ein wirklich ein extrem gravierender Unterschied zu anderen Blockchain-Lösungen die vielleicht von einer zentralen Instanz herausgegeben wird wo die zentrale Instanz genau sagt wann wird welche Transaktion verarbeitet wer darf sie verarbeitet wer darf diesen Verarbeitungsprozess zum Beispiel sehen und wer darf in diesen Verarbeitungsprozess auch eingreifen und für Blockchains muss ich ganz ehrlich sagen gibt es Anwendungsgebiete die sind so vielfältig wie unser Leben weil das Thema das ist das Eigentumsverhältnis und auf das muss man sich immer runterbrechen Eigentumsverhältnisse einfach effizienter Kostentech also kostendeckender und sicherer gespeichert werden können in diesen sogenannten Datenbanken wobei ich gleich vorausschicken muss nicht jede Blockchain eignet sich dazu besser zu agieren als eine normale SQL-Datenbank also das muss man jetzt auch immer wieder dazu sagen weil Unternehmen natürlich denken wir müssen auf die Blockchain umsteigen und 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 es gibt einfach Prozesse die laufen zum Beispiel Firmen intern viel viel einfacher und auch effizienter das muss man dazu sagen wenn sie jetzt nicht unbedingt in eine Blockchain gebroadcastet werden also quasi bei Transaktionen eingeschrieben werden weil die Blockchains natürlich große Schwierigkeiten haben vor allem bei der Skalierung von Transaktionen vor allem bei dem Thema der Größe der Information die gespeichert werden muss und vor allem bei einer dezentralen Blockchain ist es die große Herausforderung und Schwierigkeit dass das gesamte Netzwerk zu jedem Zeitpunkt die gleiche Information zur Verfügung hat damit das sogenannte Double Spending Problem nicht entsteht dass sozusagen du eine Information die nicht abgedatet für einen anderen zum Vorteil gereicht sodass man zum Beispiel seine Bitcoins zweimal ausgeben kann oder eine andere einen Informationsvorsprung hat oder einen Transaktionsvorsprung hat also damit man diese sozusagen diese Dinge einfach nicht hat und da ist sozusagen aus meiner Sicht ein dezentrales System auf jeden Fall einem zentralen System vorzuziehen weil bei einem dezentralen System der Änderungsmechanismus wenn dir der Änderungsmechanismus bekannt ist das ist auch immer ganz wichtig das ist zum Beispiel beim Bitcoin relativ einfach da gibt es diesen Core Code also diesen ursprünglichen Code der sozusagen das Zusammenspiel zwischen den Minern die sozusagen die Transaktionen validieren den Nodes die sozusagen das digitale Kassenbuch die auf ewig währende Information wer wann was gemacht hat sozusagen speichern und immer aktuell halten und den Usern selbst der User ist ja sozusagen derjenige der Transaktionen empfängt oder sendet wenn er sich den grundlegenden Regeln der Blockchain unterwirft das heißt es gibt klare Regeln wie zum Beispiel Bitcoin ist ein Guthabensystem du kannst nur Bitcoins versenden die du auch vorher schon empfangen hast es gibt auch keine Zinssätze und es gibt so diese Grundbasics die man halt eben wissen muss ansonsten kann ich ja auch keine Transaktionen machen das heißt das System stoppt mich ja da sofort aus auf der anderen Seite ist es komplett technologieneutral es gibt eigentlich jeder der sich an diese Regeln hält an diese technischen Regeln Code is Law der darf beim Bitcoin Netzwerk mitspielen egal ob es jetzt ein Österreicher ist ein Japaner ein US-Amerikaner oder auch ein Russe das heißt jeder der sozusagen hier es wird auch nicht unterschieden zwischen Hautfarbe Religion Staatenzugehörigkeit das ist vollkommen egal das muss man technologieneutral sehen und jetzt kommt das ganze Thema mit dem Kriminellen dazu ein bisschen ausgeschweift jetzt bei meiner Antwort aber das Thema mit dem Kriminellen ist natürlich so wenn es technologieneutral ist natürlich wird es dann auch von Kriminellen verwendet so blauäckig darf man nicht sein und diese schöne Bitcoin Welt heil hochhalten nein es gibt auch Kriminelle die natürlich auch kriminelle Machenschaften mit Bargeld machen mit Immobilien machen Aktien Penny Stock und 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 es gibt immer bei jedem ich sage jetzt einmal wertvollen Gut wenn ich das so sagen darf gibt es kriminelle Tendenzen und das kann man von vornherein nicht ausschließen das Interessantere dabei ist dass gerade beim Bitcoin hier sehr stark immer mit dem Finger auf diese kriminellen Tendenzen oder Machenschaften mit dem Finger gezeigt wird und sozusagen dieses als Beispiel herangezogen warum Bitcoin dann eigentlich nur für Kriminelle ist und warum die Blockchain sich so gut eignet für kriminelle Machenschaften und da muss man ganz ehrlich sagen die meisten Kritiker dürften sich noch nicht wirklich mit der Bitcoin Blockchain beschäftigt haben weil mein Zugang ist ein anderer auch in meiner Funktion als damaliger Leiter Compliance und AML der Confinity GmbH in Graz Österreichs ältesten Bitcoin Broker wo ich federführend für die Registrierung bei der Finanzmarktaufsicht für die Confinity GmbH mitwirken durfte und wir ganz genau darlegen mussten wie wir sozusagen unsere Sorgfaltspflichten unsere Konzepte unsere Registrierung damit eben das Unternehmen die Kunden aber natürlich auch der Standort Österreich vor Geldwäsche und vor allem vor der Gefahr von Terrorismus Finanzierung zu schützen und da gibt es natürlich sehr sehr gute Mechanismus der eine Mechanismus ist dass die Bitcoin Blockchain keine einzige Transaktionsinformation je vergisst das heißt wenn ich als Krimineller hier agiere und Bitcoin als Werteübertragungssystem nutze für meine kriminellen Eigenschaften dann muss ich mir gewähr sein dass die Transaktionsinformation die ja irgendwann zu meiner Wallet führt auf ewig permanent gespeichert auf zigtausenden Notplätzen jederzeit für jeden verfügbar einsehbar ist wir wurden ja auch schon einige überführt aufgrund dessen genau genau also das heißt in Wahrheit habe ich nur eine einzige Möglichkeit wenn ich mir Bitcoin für meine kriminellen Machenschaften bediene nämlich dass ich meine Bitcoins nie bewege und somit nie ausgebe weil ich damit dann sozusagen keine Spur lege und du hast es gerade gesagt wir haben heuer den Fall vom FBI glaube ich war das mit Bonnie und Clyde das waren sozusagen das Gauner Pärchen aus den USA die damals im Jahr 2016 glaube ich war das bei der Exchange Bitfinex Bitcoins fast 100.000 Bitcoins gestohlen haben und haben versucht diese Bitcoins dann durch Mixing Services laufen zu lassen und schlussendlich sind sie angeblich daran gescheitert dass die Bonnie sich eine Playstation Online gekauft hat und hier auch Bitcoins im Spiel waren im Sinne vom Zahlungsvorgang weil man muss sich es so vorstellen diese Mixing Dienstleistungen sind natürlich dazu da dass man Transaktionsinformationen verschleiert dass man sozusagen wie in einer Sammelüberweisung so wie ich das immer ausdrücke versucht die Einzelüberweisung zu poolen in einen großen Pool hineinzugeben und dann sozusagen die Sender und Empfänger Wallet nicht mehr direkt zuordnbar ist aber die Technik 2016 2017 und auch 2018 wo diese Mixing Services verwendet wurden die lässt sich mittlerweile mit KI Software also mit künstlicher Intelligenz decrypten das heißt herauszufinden was wirklich da passiert ist in diesem Mixing Service und das FBI hat das anscheinend auch getan und hat dann sozusagen auch Rückschlüsse auf diese Wallet geben können und dann hat man nur mehr darauf warten müssen dass die Gauner sozusagen einen Fehler machen und ihre Bitcoins irgendwann einmal ausgeben und das ist passiert und offensichtlich hat da das FBI dann gleich geschaltet und hat und hat und hat sie erwischt und übrigens das ist nicht kein Einzelfall wahrscheinlich aber der größte Fall den wir jetzt die letzten Zeiten erlebt haben wir erleben das ja immer wieder auch bei Scams also bei Betrugsmaschen wo man ganz einfach mit normalen Tracing-Tools die es am Markt zum kaufen gibt ich weiß natürlich auch von Ermittlungsbehörden in Österreich die mit diesen Tracing-Firmen wie Genealysis zum Beispiel zusammenarbeiten um hier bei Blockchain-Transaktionen und speziell bei Bitcoin-Transaktionen Informationen auszulesen das muss man sich so vorstellen die Transaktionsinformation ist ja permanent gespeichert und wenn ich dann zum Beispiel draufkomme dass diese inkriminierten Bitcoins die vielleicht von einem Scam oder Ransomware zum Beispiel ist auch so ein Thema irgendwann einmal zu einer Börse gekommen sind zum Beispiel zu Coinfinity oder zu Binance oder zu irgendeinen öffentlichen unter Anführungszeichen Punkt weil alle Plattformen in der EU oder zumindest die die registriert sind sind Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen seit 10.01.2020 offiziell registriert und da können die Behörden ihre Anfrage hinschicken und können sagen schau her wir hatten eine Transaktion zum Zeitpunkt so und so bitte um Auskunft das ist ein ganz normaler Prozess mit der Staatsanwaltschaft sozusagen abgesegnet und wir sind hier natürlich eindeutig in der Auskunftspflicht und wir machen das natürlich auch wir arbeiten natürlich sehr gut mit den Behörden zusammen machen auch unsere Verdachtsmeldungen und 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 was ich damit sagen möchte ist die Spur kann nicht verwischt werden und welcher Kriminelle möchte das ich bezeichne dann immer diese Gauna als noch nicht so Krypto fit wenn ich den Ausdruck benutzen darf weil wenn sich das schon mehr hätte herumgesprochen ja dann würde Bitcoin prinzipiell für kriminelle Machenschaften zur Gänze wegfallen aus meiner Sicht weil es total ungeeignet ist und man müsste eigentlich übergehen zu die sogenannten Privacy Coins das Problem bei den Privacy Coins wie Monero Ccash etc. ist dass es hier keinen großen Markt gibt für die großen Summen und und dass es die normalen Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen dieses Angebot schlichtweg nicht haben diese Privacy Coins im Handel also im Repertoire das heißt es gibt hier einen sehr eingeschränkten Markt für Privacy Coins und das natürlich auch wieder schlecht für die Gauner weil die wollen natürlich Zugang zu liquiden Mitteln wenn sie es denn brauchen natürlich alles auch auf verschlungenen Wege und da ist dieses Thema der Regulierung schon sehr gut gewesen innerhalb von der EU wir sehen ja auch die nächsten Bestrebungen mit der MICA mit Marketing Crypto Assets Regulations das heißt hier kommt eine weitere Vereinheitlichung dieser Geldwäsche und Terrorismus Finanzierung also Bestrebungen hier zum Schutz EU weit dann sozusagen rauszugeben weil die Regelung die wir jetzt haben betrifft die Nationalstaaten die haben es ein bisschen unterschiedlich umgesetzt das bisschen lass mich jetzt ein bisschen weg streichen die haben das eigentlich total unterschiedlich umgesetzt es gibt ganz andere Anforderungen an einen Dienstleister in Bezug auf Telewährungen zum Beispiel in Österreich wie es in Deutschland für die BaFin ist die Finanzmarktaufsicht analog der FMA bei uns in Österreich das ist natürlich etwas schwierig im europäischen Kontext dann zu sehen wenn man normalerweise Freiheit von Dienstleistungen wahren von Geld etc und dann muss ich als Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen mich für jedes einzelne Land separat registrieren wo jedes einzelne Land ein bisschen andere Schwerpunkte hat und 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 also das ist ein bisschen würde ich mal sagen und deswegen kommt jetzt eine Vereinheitlichung dieser Fleckerlteppich von nationalstaatlichen Regelungen kommt weg auf eine einheitliche sozusagen souveräne für die jeweiligen Bundesgebiete der Europäischen Union wenn ich das so sagen darf geltende Regelungen und damit sind wir als Dienstleister dann auch glücklich ist da die Schweiz dabei nein die Schweiz ist nicht dabei also das Interessante bei der Schweiz vielleicht das Ausführen ist die Schweiz hat extrem viele Assoziierungsabkommen mit der EU das heißt es wird schon davon ausgegangen wenn Mika einmal in Kraft ist dass mit den Schweizern verhandelt wird dieses Mika auch für die Schweiz zu in irgendeiner Art und Weise zu adaptieren oder zu assoziieren und und das wird aber dann ganz spannend man hat ja jetzt auch in der Schweiz gesehen wie Figma also die dortige Finanzmarktaufsicht die sieht hier auch schon und macht auch etliches wir haben jetzt diese 5000 Schweizer Frankengrenze soll fallen für die jeweilige Transaktion die man noch anonym machen kann es gibt in jedem Land gerade auch in der Schweiz unterschiedliche Grenzen für noch anonyme Kauf- und Verkaufstransaktionen wenn es um Kryptowerte geht und die werden sukzessive nach unten gesetzt also das ist auch genau dasselbe wie in Deutschland wo sozusagen die Grenze für den anonymen Goldkauf von 10.000 Euro auf 2.500 Euro gesenkt wurde und 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 das heißt diese komplett anonymen Transaktionen wenn es geht um Edelmetalle Kryptowerte bei Finanzprodukten hat man es schon längst nicht mehr die werden in der EU sukzessive gesenkt mit dem sind wir jetzt und ich persönlich auch nicht wirklich glücklich wenn ich das auch als Bürger so sagen darf auf der anderen Seite kämpfen wir natürlich auch dass es immer noch möglich ist einen gewissen Pakatellbetrag da reden wir von der sogenannten Geldtransfer Verordnung die sozusagen vorgibt dass man Beträge bis zu 1000 Euro eigentlich als Laufkunde anonym bewegen dürfte und diese 1000 Euro das muss ich ganz ehrlich sagen diesen Betrag sollten wir schon kämpfen weil das ist so ein Bagatellbetrag der auch noch immer mit Bargeldtransaktionen verbunden wird und ich würde dann nicht sehen warum man hier die Kryptotransaktion stärker reguliert als zum Beispiel eine normale komplett anonyme Bargeldtransaktion also da fehlt mir auch irgendwo ein bisschen das Verhältnis und da muss man jetzt abwarten wie sich die politischen Entscheidungsträger hier positionieren Ja also um das zusammenzufassen die Regulierung ist eigentlich sehr stark wird immer stärker und ich mache mich nicht zum Kriminellen wenn ich Blockchain Technologien benutze oder Bitcoin kaufe und wenn ich ein Krimineller bin dann ist das auch eigentlich die komplett falsche Technologie um hier meine Werte zu transferieren Genau also es gibt genaue Regelungen wann man sich registrieren muss wann man sogenannter Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen ist das heißt wenn ich zum Beispiel Euros gegen Bitcoins tausche und Bitcoins gegen Euros tausche wenn ich zum Beispiel Bitcoins gegen Ethereum tausche also einen sogenannten Währung Swap mache und das aber immer auch gegen Entgelt im Angebot an Dritte also wenn ich das vielleicht auch einmal privat für meinen Bekannten oder für den Bruder Schwester Mama Papa oder wie auch immer mache dann ist das nicht gewerblich und auch nicht gegen Entgelt ja wenn das aber anfängt sozusagen größer zu werden etc dann bin ich verpflichtet mich sozusagen zu registrieren auch als juristische Person und dann habe ich den kompletten Regulierungs Apparat den ich natürlich einhalten muss ja also es gibt natürlich Regeln die wurden aufgestellt vom Gesetzgeber und die muss man natürlich Folge leisten egal ob Dienstleister oder als Privater ich sage immer so schön wenn auf der Landstraße 100 Euro die StVO an Geschwindigkeitsbegrenzung vorgibt kann ich auch nicht mit 150 km fahren so ist es ja und wenn man sich jetzt die Landschaft ansieht ich weiß du warst glaube ich in Los Angeles wenn ich mich recht erinnere Miami Miami bei der großen Blockchain Konferenz Bitcoin Konferenz man sieht El Salvador hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt Zentralafrika hat dies glaube ich nun auch getan weitere Staaten werden eventuell folgen wie sieht das mit den Zahlungsmittel von Bitcoin oder anderen Coins global aus in Europa aus wo stehen wir da oder ganz speziell in Österreich wie weit sind wir hier entfernt von einer Akzeptanz von Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel also ich glaube in Europa ist etwas eingetreten die letzten 12 bis 24 Monate dass aufgrund dieser Regulierungsvorhaben hier sehr viel darauf wartet bis Mika sozusagen umgesetzt wird das wird aber noch dauern 2024 2025 ich rechne damit dass es 2024 per Gesetz umgesetzt wird da reden wir noch immer von zwei Jahren zwei Jahren ist in Bitcoin beziehungsweise Blockchain Space das ist eine richtig richtig lange Zeit ich war jetzt in Miami drüben der weltweit größten Bitcoin Konferenz 25 bis 30.000 Teilnehmer die waren wirklich dort in diesem riesigen Conference Center in Miami und da hat es jemanden gegeben den Jack Mellors den CEO von Strike der angekündigt hat Bitcoin Zahlungen zumindest für US amerikanische Kunden so weit zugänglich zu machen dass der Kunde selbst gar nicht weiß dass er eine Bitcoin Transaktion ausführt sondern er ist in seinen bestehenden Apps und diese Apps benutzen sozusagen im Hintergrund als Werteübertragungssystem das sogenannte Bitcoin Leitungssystem das heißt wir werden wenn es alles gut läuft in gar nicht mitbekommen als normaler User dass unsere Transaktionen zum Beispiel über das dezentralste Werteübertragungssystem weltweit über die Bitcoin Blockchain sozusagen geroutet werden weil der Anbieter das ist zum Beispiel die Strike App oder auch die Cash App die 70 Millionen US-Amerikaner nutzen und wenn ich dann bei McDonald's Walmart oder bei Shopify zum Beispiel das ist dieser kleine also der Händler für E-Commerce der E-Commerce Lösungen anbietet dann werde ich einfach nur einen QR-Code haben und kann dann mit Hilfe dieser Apps scannen und sozusagen entweder Fiat also US-Dollar oder ich besitze ja schon Kryptowerte instant also in der jeweiligen Sekunde werden die getauscht dann in Bitcoin und über das Lightning-Netzwerk dann zu dem jeweiligen Händler gesendet und dort dann wieder instant gegen US-Dollar getauscht das heißt der Unternehmer hat de facto kein Kursrisiko der Unternehmer muss nicht sechs bis acht Wochen auf die Wertstellung einer wie bei einer Kreditkartenzahlung warten sondern er hat die Wertstellung sprich die valutarische Gutschrift der Dienstleistung der Dienstleistung des Produktes das er verkauft wirklich instant also da reden wir jetzt sozusagen eigentlich von ein zwei Sekunden und das geht natürlich entweder am Point of Sale im Geschäft direkt bei McDonalds wenn ich jetzt zum Beispiel bestelle und dann gleich zahle die meisten bestellen eh schon über die Bildschirme selbst eigenständig da funktioniert das sowieso aber auch im E-Commerce also wenn ich jetzt so online von einem Shop mir irgendetwas bestelle dann kann ich dieses Zahlungssystem nutzen ohne dass ich es wahrscheinlich merke und das hat man auch gesehen dass wir jetzt innerhalb von zwölf Monaten den Zugang von Menschen zum Lightning Netzwerk von 100.000 Menschen weltweit auf 80 Millionen gebracht haben und was hat das ausgelöst diese erstmal natürlich eine große Euphorie und für mich war dann das Thema Payment wie kann ich wirklich Zahlungen Mikrozahlungen also da sprechen wir wirklich von ein paar Dollar die sozusagen mit dem Lightning Netzwerk technisch sicher und natürlich mit dem Privacy Feature sozusagen übertragen kann und das nicht nur für ein paar Tausend oder 100.000 Menschen weltweit sondern das würde wirklich funktionieren mit Milliarden von Menschen und das Interessantere ist diese Sogwirkung die diese Ankündigung gemacht hat die Sogwirkung bewirkt dass andere Unternehmen darauf aufspringen Robinhood zum Beispiel einer der größten privaten Trading Apps in Amerika hat schon angekündigt ebenfalls das Lightning Netzwerk zu unterstützen wir hatten immer bei uns in Bitcoin Space ein großes Problem das waren die Akzeptanzstellen also die Kunden haben hauptsächlich Bitcoins gekauft als Asset Klasse als Investment ja und nicht so sehr natürlich für den Payment getan natürlich haben wir auch die Situation dass die Leute ihr Geld in Bitcoin sicher aufbewahren möchten und dann sozusagen auch langfristig ansparen das ist ja vollkommen legitim und da gehöre ich auch dazu aber es gibt halt einfach auch Menschen die für Zahlungen das brauchen also wenn wir jetzt zum Beispiel Remittance Money also Geld das im Auslandszahlungsverkehr verwendet wird und da sind wir eben bei El Salvador weil warum hat dieses kleine Land am 7. September 2021 erklärt Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel das ist weil dieses kleine Land große Probleme hat im Sinne von 6,5 Millionen Einwohner davon sind fast 3 Millionen im Ausland die meisten in den USA die dort ihrer Tätigkeit nachgehen und Geld nach Hause schicken und wir haben das auch selbst gemacht ich war ja auch selbst in El Salvador im November des Vorjahres wir haben uns das natürlich vor Ort angesehen als Coinfinity weil unser Auftrag ist bringing Bitcoin to the people und da muss man natürlich schon auch dazu schauen wie die Menschen vor Ort mit dem Thema Bitcoin umgehen und wir haben dann eine Testtransaktion gemacht über einen Money Transmittance Anbieter ich sage jetzt nicht bewusst nicht den Namen aber auf meinem Twitter Profil kann man es dann eh nachlesen und haben 100 Euro in Graz aufgegeben und ich habe diese 100 Euro in US-Dollar an einem offiziellen Büro in San Salvador in der Hauptstadt abgehoben und dann haben wir nachgerechnet wie viel von diesen 100 Euro noch über waren und es wurden uns sage und schreibe 14,35% Gebühren aufgepumpt das ist noch relativ günstig das ist noch relativ günstig da geht noch mehr bis zu 25 oder auch 30% sind so circa die Prozentwerte die die Menschen zahlen müssen weil es geht nicht um große Beträge also die senden ja nicht einmal 5000 Euro sondern gerade in den USA ist sozusagen der Wochenlohn noch eigentlich Usus und dann schickt man mal 30 Dollar oder mal 20 Dollar und 20 Dollar ist in El Salvador extrem viel Geld wir reden hier von einem Bruttoinlandsprodukt also von einem durchschnittlichen Monatslohn von ein paar 100 US Dollar wenn überhaupt also es ist ein extrem armes Land und damit ist dieses große Problem da und angeblich zahlen die Auslands El Salvadorianer die Geld nach Hause schicken circa 600 Millionen US Dollar nur an Transfergebühren an Servicegebühren an diese Money Remittance an diese Geldvermittler und wenn man sich anschaut dass das gesamte Bruttoinlandsprodukt von El Salvador 25 Milliarden US Dollar ausmacht dann sind diese 6 Millionen ja da sind wir dann schon bei 2 bis 3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes das Thema ist nur wird es dann auch so genutzt weil die Zahlen die jetzt rausgekommen sind auch von der Zentralbank von El Salvador gibt an dass nur eine geringe Anzahl dieser 3 Millionen El Salvadorianer die sich über diese staatliche Shivo Wallet sozusagen registriert haben und auch Lightning Zahlungen aber normale Bitcoin Zahlungen aber auch US Dollar Zahlungen über diese Shivo App empfangen und senden können aber die Nutzung ist hier eher noch im geringen Bereich das heißt das ist auch mir aufgefallen die Menschen vor Ort können viel besser aufgeklärt was ist Bitcoin und vor allem wie kann ich diese App ordentlich anwenden weil wenn ich als Ausländer hergehe und es ist diese Grundfunktion einstellbar nämlich dass ich wenn ich eine Transaktion erhalte zum Beispiel in Bitcoin in dieser Shivo App dass ich hier eine automatische Konvertierung einstellen kann de facto zu 0 Euro Spesen das heißt ich kann sagen ich verkaufe dir um 20 Dollar dieses oder jenes der zahlt zwar mit Bitcoin ich erhalte auch Bitcoin aber in dieser Sekunde wo ich die Bitcoins erhalte wird sofort wieder konvertiert und ich habe sozusagen in meiner Shivo App wieder diese 20 Dollar stehen und das ist schon aus meiner Sicht ein super super toller Ansatz nur die Menschen müssen halt schon auch es gibt eine hohe Analphabetenrate in diesem Land das heißt man müsste hier sehr sehr viel mit Bildern arbeiten und die App so einfach wie möglich gestalten und ich glaube da ist noch extrem viel Luft nach oben und natürlich auch den Leuten beibringen was generell Bitcoin ist also was heißt das überhaupt ein dezentrales Netzwerk jetzt kann man natürlich sagen man vertraut jetzt aktuell den politischen Akteuren in El Salvador aber was ist wenn sich das irgendwann einmal ändert also die Not Your Keys Not Your Coins das heißt in dieser Shivo App vertraue ich dann sozusagen staatlichen und auch unternehmerischen Instanzen die beauftragt wurden vom Staat El Salvador dieses Netzwerk und diese App sozusagen zu hosten ja und da ist immer die Frage Not Your Keys Not Your Coins wer hat das wer hat das programmiert wie gut ist dieser Code und tja also ich vertraue eigentlich nur bei diesen Dingen nur mir selbst jetzt habe ich natürlich auch schon jahrelange Erfahrung mit den Dingen aber es gibt ja durchaus sehr sehr einfache Hilfsmittel wie zum Beispiel auch da muss ich jetzt ein bisschen spoilern unsere Card Wallet von Coinfinity ein super einfaches Produkt ohne irgendeinen technischen Schnickschnack wo ich sofort und sicher Bitcoins verwahren kann ja und diese Dinge funktionieren dann am besten wenn die Leute Bescheid wissen wie sie sich in diesem Netzwerk bewegen auf was sie genau aufpassen müssen weil das was wir alle nicht lernen wollen ja nämlich mit Verlust die Lernkurve sehr stark zu steigern das war bei mir zum Teil so bin ja seit 2016 dabei und auch ich habe Bitcoins verloren einfach durch Unwissenheit und natürlich auch durch falsches Vertrauen und diese Lernkurve möchten wir oder ich sehr sehr vielen auch ersparen sondern es sollte gerade möglich sein Thomas wie du das richtig gesagt hast durch Aufklärung durch auch so Videos Podcasts etc. wie von dir und von deiner Seite den Leuten Wissen zu vermitteln damit sie keine Lernkurve im Sinne von Verlust durch durchmachen müssen sondern sich wirklich genug Wissen anzueignen die Auswahl ist ja schon grenzgenial und groß wenn man betrachtet noch wie ich sozusagen meine ersten Schritte gemacht habe 2015 2016 also da war noch sehr sehr wenig Informationen da sei es in Buchform sei es auf YouTube sei es auch Menschen denen man sozusagen hat folgen können auf Twitter war schon natürlich die Bitcoin Community groß aber wenn du nicht auf Twitter warst extrem schwierig an ordentlichen Informationen ranzukommen ja und das hat sich extrem stark gewandelt also wenn ich heute eingehe bei Google oder in jeder Plattform gibt es schon Menschen die sozusagen über dieses Thema sehr bereitwillig offen Auskunft geben wir haben jetzt zum Beispiel auch mit Bitcoin Austria mit unserem Verein dem ich auch angehöre ein Meetup gehabt in Graz 45 Leute gekommen die sind gekommen von Vorarlberg von Linz von Wien und natürlich von Graz also es ist unglaublich von woher überall diese Menschen kommen wenn sie gute Informationen bekommen wenn sie sozusagen von Menschen denen sie vertrauen zuhören wie die das gemacht haben was die für Tipps und für Ratschläge haben weil es gibt keinen CEO von Bitcoin es gibt kein Bitcoin Headquarter es gibt keinen Videokurs zu Bitcoin der von Bitcoin gemacht wurde sondern es ist ein kann man wirklich so sagen ein Community Projekt ein extrem starkes Community Projekt das davon lebt dass die Menschen sich untereinander austauschen dass die Menschen den Code verstehen und dass die Menschen den Code auch richtig anwenden und ja wenn Fehler passieren das ist nicht auszuschließen das ist in der menschlichen im menschlichen Code würde ich mal sagen so drinnen wir lernen auch am besten durch Fehler aber so wie das Angebot und wenn der Nachbar oder dein Bekannter et cetera dir etwas erklären kann dann ist die Fehlerquote hoffentlich dann bald gegen null wenn immer mehr Menschen Bescheid wissen wie das System funktioniert jetzt darf ich hier noch einmal einhacken und vielleicht noch eine allerletzte Frage stellen bevor wir das Gespräch abschließen du hast ja schon während des Gesprächs jetzt gesagt man muss vielleicht damit rechnen dass man seine Coins verliert Fehler passieren und das ist ja bei einer traditionellen Bankkarte wenn ich jetzt mit meiner Kreditkarte in einen Café kaufen gehe dann muss ich ja eigentlich eher weniger Angst haben dass ich hier einen Fehler mache das ist also recht Enduser sicher wie weit sind wir hier von von einer Enduser Anwendung von Bitcoin noch entfernt also jetzt hat sich einiges etern zwischen den Jahren 2015 2016 wo auch ich in den Markt vor allem in Ethereum eingestiegen bin und angefangen habe Smart Contracts zu programmieren bis heute hat sich auch sehr sehr viel getan zumindest im DeFi Bereich sehe ich da sind wir noch meilenweit entfernt von einer normalen Enduser also wenn ich meinen Nachbarn jetzt erklären wollte wie Flashloans funktionieren dann müsste ich so weit ausholen und ich muss aber meinem Nachbarn nicht erklären wie ein Bankentransfer funktioniert ich kann ihm einfach eine Kreditkarte geben das ist ja das eigentliche Ziel des Ganzen wie weit sind wir hier entfernt deiner Meinung nach von einer echten Enduser Freundlichkeit von Bitcoin oder anderen Coins als Zahlungsmittel oder auch Smart Contracts und im DeFi Bereich als Anwendungsbereich Eigentlich habe ich das schon beantwortet wenn du sagst es geht über bestehende Apps das heißt Apps die ich schon auf dem Handy habe denen ich vertraue wie zum Beispiel Strike Cash App Robinhood oder wenn N6 also wenn Flatex also es wird sozusagen vielleicht auch Amazon ja also wenn bestehende Händler also ich würde sagen dass die Revolution von den Händlern anfangen wird anfangen werden einfach im Hintergrund dieses Werte übertragen System zu verwenden dann habe ich die Usabilität weil ich bin überhaupt nicht eingeschränkt als User ich nutze meine bestehenden Apps weiter die ich jahrelang gewohnt bin als Konsument ja also wir sind ja auch ein sehr starker der Mensch ist eine Vertrauensperson ja wenn du Vertrauen hast zu dem Händler X wenn es ein Angebot dann wirst du wahrscheinlich dort bleiben ja also wenn du Amazon Kunde bist wirst du wahrscheinlich nicht weggehen und wenn du also das wissen wir ja alles und da muss ich sozusagen dann gar nicht mehr ausweichen sondern wird das sozusagen über diese Adaption kommen indem der jeweilige Händler oder der jeweilige App zur Verfügung steht einfach diese Anbindung machen wird aber ich möchte noch zwei Punkte kurz herausheben das erste ist natürlich die Usabilität die leidet natürlich etwas mit dem Not Your Keys Not Your Coins ja also wenn man sich das wirklich selbst machen möchte dann ist man zwar auf der sicheren Seite und das ist genau diese diese Balance ja also die Leute die in Cryptospace reinkommen und alles so convenient wie möglich haben möchten aber trotzdem bei maximaler Sicherheit die muss ich leider enttäuschen die sind hier falsch ja also wenn du maximale Sicherheit haben möchtest dann musst du das Thema Not Your Keys Not Your Coins wirklich ernst nehmen und dann hast du mit den bestehenden Mitteln die wir jetzt haben sei es jetzt zum Beispiel ein Hardware Wallet wie zum Beispiel Ledger oder Tresor ja oder andere Dinge du bist ganz einfach auf eine gewisse Hardware in Kombination mit einer Software angewiesen die musst du bedienen können ja da muss ich auch meine Updates machen die muss ich natürlich auch dementsprechend gut lagern weil entweder zum Beispiel die Passwort oder die Seed Phrase dafür oder einen PIN Code wieder separat ja das heißt ich muss mir schon mehrere Backups ausdenken wie ich das sozusagen dokumentiere bitte nicht mit einem Foto am Handy oder wie auch immer ja sondern manuell ja also manuell aufschreiben das dann vielleicht eine zweite Kopie machen davon in ein Kuvert rein an zwei unterschiedlichen Orten lagern und 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 also diese ganzen Tipps die wissen die wissen dann auch die Leute die sich mehr damit beschäftigen aber die Frage ist ob das für die Mehrheit der Menschen das gewünschte Erreignis ist also auf der einen Seite ist extrem toll zu sehen wie die Leute in diesen Sicherheitsgedanken sich klar werden heute das wenn ich Werte halte und da wurden wir die letzten Jahrzehnte sehr stark verwöhnt warum durch Konsumentenschutz durch Verbraucherschutz weil du vorher die Bank angesprochen hast ja in Wahrheit haben wir angefangen zum Schludern ja also wir haben Fehler gemacht bei der Überweisung etc weil naja da ist ein Fehler die rufen einen Bankberater an der wird das schon wieder korrigieren ja das heißt man hat in diesem alten System einfach Mechanismen eingebaut zum Beispiel ZADIG das ist so ein Konsumentenschutzgesetz das mir erlaubt zu reklamieren als Privatkunde und das mir auch erlaubt dann sozusagen dass Transaktionen wieder rückabgewickelt werden ja also ich habe sehr sehr starke Konsumentenrechte obwohl vielleicht manchmal der Fehler auch eindeutig beim User liegt und da hast du ein zweites Thema nämlich ja also die Transaktion ist sozusagen ein Bitcoin-Netzwerk final es gibt kein Bitcoin-Headquarter und eigentlich auch kein ZADIG wo du dann einfach sagen kannst ja bitte Coinfinity kannst du mir das wieder zurückbuchen nein die Transaktion ist final und vielleicht muss jetzt auch wieder ein bisschen ein Umdenkprozess stattfinden dass sich die Leute gerade beim Werte übertragen ein bisschen diesen Sicherheitsgedanken wieder mehr bewusst werden weil mir so ein bisschen vorgekommen ist die letzten Jahrzehnte es wurde uns ja auch so ein bisschen ausgetrieben jetzt im Sinne von nicht Finanzbildung sondern man hat eine Bank-App bekommen man hat Kreditkarte bekommen hat seine Bank- und Marktkarte bekommen wenn irgendetwas war dann habe ich einfach bei der Bank angerufen und die hat das wieder gerade gebügelt sei es zum Beispiel im Kulanzbereich oder sei es eben auf gewisser rechtlicher Ebene aufgrund meines Konsumenten- und Verbraucherschutzes und das gibt es halt beim Bitcoin-Netzwerk nicht auf der anderen Seite wenn man sich mit dem ein bisschen beschäftigt hat dann kann man so sicher agieren aus meiner Sicht dass ich diesen Konsumenten- und Verbraucherschutz eigentlich auch gar nicht brauche und das sollte uns eigentlich wieder Eigenverantwortung zurückbringen das ist ganz ganz ein wesentliches Wort Eigenverantwortung der der mit Bitcoins hantiert der der sich sozusagen diesen diesen Asset oder diesen Payment-Kanal je nachdem also die die Kunden von uns tun ja noch zu den unterschiedlichen Zugängen zu dem zu dem Thema Bitcoin also der eine möchte wirklich sozusagen als Asset als Investment als Chancenrisiko in sein Portfolio mit aufnehmen in den jeweiligen Anteil wie er glaubt wir geben da überhaupt nichts vor und der andere sagt nein ich möchte meiner Schwester in Amerika oder mein Bruder urlaubt oder mein Sohn urlaubt gerade in Australien etc. naja dann macht das schon Sinn dass ich ihm 500 Euro in Bitcoin sende und er geht dann in Australien zu einem Bitcoin-Automaten und lässt sich das dann sozusagen in australische Dollar auszahlen weil wie gesagt die Wertstellung im Bitcoin-Mainnet passiert innerhalb von 10-12 Minuten sage ich jetzt einmal vielleicht 30 Minuten je nach App-Anbieter bis er dann die Confirmation also die Bestätigung abwarten muss versus einer normalen AZV also Auslandszahlungsverkehr Transaktion von Österreich nach Australien da wird er wahrscheinlich 14 Tage warten müssen oder 20 Bankwerktage wenn ich das so sagen darf und von den 500 Euro werden wahrscheinlich nur 420 oder 410 Euro ankommen weil der Rest sozusagen an Spesen drauf geht und das ist halt dann dieses Ding wo ich sage Leute nutzt bitte so ein dezentrales Werteübertragungssystem wenn der jeweilige Anwendungsfall passt und über den Anwendungsfall muss man sich aber dann natürlich vorher Gedanken machen naja was passiert wo kaufe ich überhaupt die Bitcoins ein ja wo lagere ich das zu diesem jeweiligen Moment und welcher Software vertraue ich dann dass ich diese Werteübertragung anstoße welcher Software zum Beispiel bedient sich der Empfänger ja und das sind diese ganzen Dinge und wir haben sehr sehr gute Erfahrungen gemacht mit unseren Kunden die sich in diesem Space also wirklich dann angefangen haben mit der Werteübertragung richtig zu beschäftigen es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft man hat das auch relativ schnell heraus und das interessante ist ja dass beim Bitcoin Space ich kann ja das alles ausprobieren ja also ich kann ja auch sozusagen einmal 50 Cent auch wenn es jetzt vielleicht wirtschaftlich nicht sinnvoll ist ja aber auch 50 Cent Transaktionen durchführen und einmal schauen wie funktioniert das überhaupt wir sagen generell geht es einmal auf einen Automaten und dazu einfach nur 10 Euro in Bitcoins wechseln ja lädt euch eine natürlich vernünftige Bitcoin Wallet einfach aufs Handy wo ihr diese 10 Euro dann vom Automaten drauf gibt ja das muss jetzt nicht unbedingt das High Sophisticated Security Feature haben ja da geht es einfach darum Look and Feel ja wie geht es einem damit ja aha Satoshis ist kleinste Einheit eines Bitcoins ich habe da 0,000 irgendwas Satoshis bekommen von den 10 Euro aha mein Bruder mein Freund mein Bekannter hat auch eine sag senden der andere sagt empfangen zack fertig die Transaktion wird sozusagen gebroadcast ist so einfach funktioniert das und durch diesen natürlich auch ein bisschen Gamification Effekt wo ich sozusagen ein bisschen herumspiele aber ganz ehrlich mit ein paar Euro dieses System auszuprobieren ich glaube dass das nicht schaden wird um dann halt eben vorbereitet zu sein wenn man größere Transaktionen tätigt wie zum Beispiel die vorher beschriebene Transaktion ähm und natürlich auch das Thema mit Lightning ja also wenn ich dann wirklich eine App habe die auch Lightning Netzwerk unterstützt ja also wie zum Beispiel die Blue Wallet um jetzt hier nur ein Beispiel zu nennen dann kann ich dort auch de facto zu null kosten null Euro kosten ja beziehungsweise zu Kosten im tausendstel Euro Cent Bereich das wir in der normalen Bank ja gar nicht abrechnen können ja wir haben die kleinste Einheit das ist ein Euro Cent 100 Euro Cent ist ein Euro geh mal zu einer Bank und versuche einen Euro Cent per Erlagschein zu überweisen da fragst du wahrscheinlich am Schalter Herr Reda das macht überhaupt keinen Sinn ja und es wird diese Geschäftsfälle aber geben wo es Sinn macht dass ich auch einen Euro Cent bezahle denken wir an die ganzen Streaming Anbieter denken wir an an Abos ja denken wir einfach an an Dinge die ich konsumiere an Content an Online Content wo ich dann sage okay wenn ich Artikel X fünf Minuten lese dann bezahle ich hier mit einem Euro Cent ja aber halt natürlich in Form von Kryptowerten und da sind wir jetzt bei den ausgängigen bei deiner Frage Entschuldigung dass ich das so lange jetzt hergeleitet habe ja ich sehe hier einen konkreten Use Case bei dem Thema der Kryptowerte im Sinne von die kleinstmögliche Recheneinheiten für Geschäftsmodelle der Zukunft und das ist gerade auch das Thema Streaming also Streaming Money und Streaming Money kann ich über Smart Contracts abwickeln wo ich sozusagen ich bringe immer ein gutes Beispiel aus meiner Sicht ja also ich habe von der Presse Österreich dieses E-Paper Abo das heißt ich zahle einen Fixpreis um den gesamten Content der Presse online lesen zu können witzigerweise muss ich für diesen Online Zugang alle meine Daten eingeben inklusive Adresse und 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 wer ich bin Geburtsdatum natürlich möchte dass die Presse muss ich jetzt ein bisschen die Presse in Schutz nehmen das macht eh jeder aber nur für das dass ich eine Zeitung online lesen kann muss ich schon extrem viele Daten hergeben und ich würde sagen wir drehen das Modell wieder um das ist das Thema der Privacy ja erstens einmal lese ich von diesem Abo ja natürlich nicht alles von der Presse weil ich habe gewisse Dinge die mich einfach interessieren das sind zum Beispiel der Wirtschaftsteil konkret ja natürlich die Meinungen von den jeweiligen Redakteuren ja und dann ja dann eher so abstufen ja vielleicht am Sonntag einmal wenn mehr Zeit ist dann lese ich mehr und das ist aber gerade das Pay-By-Use-System das man mit Streaming-Money aus meiner Sicht super toll einsetzen könnte bei einer absoluten Privacy ja also wenn ich sozusagen eine halbe Stunde online auf dieser Homepage bin und Content lese ja dann wird sozusagen mit der Wallet die eingebunden ist vielleicht 5 Euro Cent abgebucht natürlich nicht Euro Cent sondern Gegenwert in der jeweilig von der Plattform akzeptierten Kryptowert das ist ja keine Währung ich spreche immer von Kryptowert das kann jetzt Ethereum sein vielleicht aber nicht wegen der Transaktionsgebühren das wissen wir aber vielleicht kann es irgendetwas anderes sein vielleicht ein Stablecoin auch ja der sozusagen auf Ethereum basiert da gibt es ja extrem spannende Dinge oder es kann halt eben auch Lightning sein jetzt mit Bitcoin ja wo der Bitcoin aus meiner Sicht beim Payment mit diesen Ankündigungen und in den USA muss man ganz ehrlich sagen gibt es große große Probleme bei der Werteübertragung ja das war mir gar nicht so bewusst wenn du mit Amerikanern sprichst der sagt zu dir wir haben einfach ein extrem schlechtes US-Dollar-System die sind nicht so verwöhnt wie bei uns mit dem SEPA mit dem European also Single European Payment Area wo gesetzlich verankert ist das Geld innerhalb von einer gewissen Zeit von Eurokonto A auf Eurokonto B überwiesen werden sein muss sondern wenn du zum Beispiel für eine Bank in Florida auf eine Bank nach New York überweist ja also innerhalb des Bundesgebietes USA dann kann das schon mal fünf, sechs, sieben Tage dauern ja und das ist natürlich für so einen großen Binnenmarkt wie Amerika eher hinderlich als förderlich und da kommen halt diese Ankündigungen von Jack Mellers natürlich noch viel viel besser an wo vor allem die großen Unternehmen sagen okay wenn hier sozusagen im ganzen Bundesgebiet ich mein Geschäft habe dann möchte ich auch die Wertstellung sprich das was mir der Kunde bezahlt auch immer gleich am Geschäftskonto haben und natürlich so günstig als möglich bei einer jeweiligen sicheren Variante als möglich also je sicher als möglich und da bietet sich wirklich aus meiner Sicht dieses Bitcoin Lightning Netzwerk an und diesen Punkt hatte ich nicht so am Schirm das habe ich dann mitbekommen muss ich ganz ehrlich wenn man natürlich auch mit den Amerikanern vor Ort spricht warum die das so sehen und ja ganz interessante Ansichten das ist sehr 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 spannend vielen Dank wie berichtest du darüber auch in deinem Finanzblog ja also wenn sie wenn sie Interesse haben am Finanzblog von Matthias Reda den Link finden sie auch unten in der Beschreibung dazu Matthias vielen Dank vielen herzlichen Dank nochmals für das Gespräch und wir werden jetzt in unserem Vortrag weitermachen und sie hören auch später noch wie Stablecoins auch wirklich funktionieren vielen Dank Thomas vielen Dank Matthias ja in einer guten halben Stunde haben sie nun das absolute Basiswissen der Blockchains herausgefunden daher möchte ich noch einmal zusammenfassen bevor wir nun auf DeFi zu sprechen kommen Mining garantiert es garantiert dass nur eine Partei bestimmt welche Transaktionen in die Blockchain aufgenommen werden das heißt es gibt hier nicht mehrere die gleichzeitig einen Block minen sondern einer ist der schnellste und der darf bestimmen welche Informationen in den nächsten Block kommen und dann geht das Spiel wieder von vorne los das heißt es gibt nur eine Person die wird durch dieses herausfinden welcher Saft ja welche Frucht in welchen Saft gehört das bestimmt sich quasi selbst dadurch dass sie die schnellste ist und die darf dann bestimmen welche Transaktionen hier reinkommen hier gibt es keine parallelen Verfahren oder irgendwelche ja Verfahren wo mehrere gleichzeitig irgendetwas tun müssen oder können und irgendwie das komisch synchronisiert wird nein es ist einer der das bestimmt und der der das bestimmt das wird herausgefunden durch die Schnelligkeit wie schnell man eigentlich diesen Saft oder die Zutaten diese Saft erraten hat dann gibt es Transaktionen und der der die Transaktionen in diesen Block hinein nimmt der kann überprüfen sind denn die Transaktionen richtig von der richtigen Person aus ausgewählt worden und sind diese richtig signiert und das funktioniert über ECTSA wie dieses Siegel auf dem Brief und das geht immer wieder aufs Neue so los da gibt es auch keinen Common und man kann auch nichts irgendwie hacken oder austauschen da müsste man alle Teilnehmer dieser Blockchain davon überzeugen dass es hier einen neuen Algorithmus gibt also so einfach ist das nicht sie können nicht irgendwie ein zentrales Element austauschen dadurch dieses dezentrale Element das ist das Wichtige daran und dann gibt es diese Block Synchronisation müssen die Blöcke von allen Beteiligten heruntergeladen werden das ist so wie wenn ich sage ja ich war der Erste der hier diesen Saft herausgefunden hat ich möchte folgende Transaktionen aufnehmen und dann erzähle meinen fünf Freunden schaut es mal her hier ist der Grund warum ich das darf ich war der schnellste von euch und ich möchte diese Transaktionen gerne aufnehmen bitte updatet also bitte aktualisiert jetzt euren Ledger auch ja und genauso funktioniert das es können quasi alle etwas lesen aber nur einer kann etwas schreiben kurz gesagt ja die Frage ist nun was ist jetzt mit diesen smarten Kontrakten wie funktioniert denn das was ist denn das haben wir noch gar nicht angesprochen und hier kommt jetzt der eigentliche Wert der Stefi auf uns zu ja und das besprechen wir jetzt als nächstes es freut mich sehr dass Sie noch immer dabei sind und ich möchte Ihnen jetzt zum zweiten Teil ein bisschen etwas aus der Welt des Decentralized Finance zeigen und um das zu tun muss ich Ihnen zeigen wie smart Kontrakts zumindest auf dem grundsätzlichen Level einmal funktionieren also was sind jetzt diese smarten Kontrakte eigentlich und da können Sie sich vorstellen wir anstatt eine Transaktion zu starten um einen Coin von A nach B zu schicken können wir auch Programmcode auf der Blockchain hinterlegen und mit diesen dann interagieren und stellen Sie sich das ein bisschen so vor als gäbe es smarte Bankkonten also nicht etwa dass das Konto von sich selbst aus jetzt eine Transaktion starten könnte aber es kann jeder von diesem Konto aus Geld empfangen und es kann jemand Geld von diesem Konto aus anfordern ohne dass jetzt eine Person hier eine Interaktion starten müsste um dieses Geld dann wirklich weg zu schicken es funktioniert ein bisschen so wie ein SEPA Transfer da können ja auch andere Personen Geld von einem Konto anfordern aber stellen Sie sich das vor als könnte das Konto selbst diese SEPA Transfers diese SEPA Anweisungen verwalten und das funktioniert ein bisschen so wie im Excel diese Wenn-Dann Funktionen die Sie vielleicht schon einmal gesehen haben mit einem Unterschied auch mit einem Unterschied zum normalen Bankkonto diese smarten Kontrakte bekommen ihre eigene Adresse mit ihnen kann man dann interagieren das ist dann wie ein normales Konto und diese smarten Kontrakte können ihr eigenes Geld verwalten und das kann zum Teil durchaus sehr komplexen Programm Code enthalten wie Sie vielleicht später noch kurz sehen werden aber so weit wollte ich eigentlich gar nicht gehen ich in die Welt der Programmierung einsteigen und wenn Sie schon einmal Excel aufgemacht haben können Sie hier sicher leicht das Ganze nachvollziehen also stellen Sie sich vor wir schreiben in die Zelle A0 das ist ganz links oben in Excel wer hier etwas interagieren darf und wenn wir geben im ganzen eigentlich eine Adresse und anstatt A0 nehmen wir hier eine Variable die heißt erlaubt und geben der jetzt eine Adresse und sagen in dieser Variable erlaubt steht drinnen diese Adresse 0x23244151 aff stellen Sie sich vor das ist mein Konto oder meine Ethereum Adresse oder meine Wallet Adresse und dann nehmen wir eine ganz einfache Funktion diese heißt einfach abheben und da können wir sagen wir möchten etwas abheben aber nun dieses wenn dann von dem ich vorher gesprochen habe das Abheben funktioniert nur dann wenn der Absender der mit dieser Funktion interagieren möchte der gleiche ist wie hier in dieser erlaubt Variable drinnen steht dann schicke doch diesem Absender der hier interagiert den Wert den er gerne abheben möchte naja jetzt können Sie sich das ungefähr so vorstellen wenn ich mit meiner Bankomatkarte zum Bankomaten gehe und ein Geld abheben möchte dann passiert logisch so etwas ähnliches in der Bank die sieht dann vielleicht nach wer ist der Inhaber von dieser Bankomatkarte der möchte jetzt hier abheben der möchte 100 Euro am Bankomatkartenterminal abheben und wenn der Absender jetzt der richtige ist der Kontoinhaber ist dann schickt ihm tatsächlich diese 100 Euro und die kommen dann beim Schlitz heraus so oder so ähnlich können er sich das vorstellen es geht hauptsächlich darum zu verstehen dass der Absender das gleiche ist wie der der etwas jemand der etwas in diese Variable hineingeschrieben hat und das kann man auch selbst machen und wenn Sie sich dann einen echten Smart Contract ansehen so sieht echte Smart Contract dann aus dann ist das eigentlich sehr ähnlich also dann hat hier einen Kontrakt so heißt das auch ein Smart Contract man fängt mit dem Wort Kontrakt an dann gibt es hier Variablen und eine Anzahl von verschiedenen Dingen die man machen kann und um es hier relativ einfach zu halten eine Funktion die wir jetzt abheben da kann man dann einen Wert angeben und dann wenn der Absender der mit dieser Funktion interagiert der gleiche ist wie der hier in dieser Variable dann wird dem der Wert geschickt und jetzt stellen Sie sich vor dieser smarte Kontrakt läuft irgendwo auf einer Wallet vielleicht in die Blockchain geschickt haben und er bekommt dann seine eigene Adresse der läuft dann tatsächlich dort irgendwo in einer anderen Adresse als meine Adresse und dem kann ich auch dann Geld schicken und alles mögliche tun damit stellen Sie sich vor nicht ich schicke Geld sondern es ist vielleicht ein Spenden Kontrakt der Spenden bekommt von verschiedenen anderen Personen also der läuft auf seiner eigenen Adresse sowie ein und die schickt dort zwei Ether auf diese Adresse das funktioniert einfach weil da ist auch nichts in diesem Code das das verhindern würde und dieser smarte Kontrakt oder diese Adresse würde diese zwei Ether einfach bekommen also jetzt könnte der Smart Contract selbstständig über diese zwei Ether verfügen und dann kommt eine andere Person her und schickt dort drei Ether hinein das ist jetzt eine andere Wallet kommt natürlich von einem anderen privaten Schlüssel mit einer anderen Signatur aber die Ziel die Ziel Adresse ist die gleiche von den beiden nämlich der smarte Kontrakt also können sich das gleich vorstellen wie in der normalen Welt mit dem normalen Bankkonto wenn ich von meinem Bankkonto auf das Bankkonto von Licht ins Dunkel etwas spende dann wandert das Geld von meinem Konto Richtung Licht ins Dunkel Konto und ich kann nicht mehr dann über das Geld verfügen weil das liegt dann auf dem Licht ins Dunkel Konto jetzt müsste aber jemand hergehen und eine Überweisung vom Licht ins Dunkel Konto starten und das Licht ins Dunkel Konto könnte nicht selbstständig dies tun aber der smarte Kontrakt hier weiß selbstständig wer mit ihm interagieren darf hier ist keine dritte Partei im Spiel die hier etwas tun muss und das funktioniert von sich selbst aus sozusagen also wenn man sich das jetzt ansehen würde dann könnte man sagen ja wenn diese Person jetzt hier diese Abheben Funktion aufruft dann ist das ja nicht die richtige Adresse das ist ja eine falsche Adresse und der smarte Kontrakt würde selbstständig einfach nicht der Person diesen Wert schicken weil hier dieses wenn dann einfach nicht erfüllt ist wenn ich aber jetzt mit meiner Adresse und sagen wir das ist die gleiche die hier in dieser erlaubt Variable drinnen steht dieses Abheben mit dem Wert 5 Aufrufe dann würde der smart Kontrakt diese Sven dann erfüllen und mir diesen Wert einfach schicken und Sie sehen das funktioniert selbstständig hier ist keine Bank im Spiel ich brauche keinen großen Auditierungsprozess hier um zu sehen dass die Konten die richtigen sind solange von 5 einfach zu mir wandern hier sehen Sie das ist ein relativ einfacher smart Kontrakt einfacher smarter Kontrakt die Logik ist relativ simpel hier ist noch nicht viel an DeFi zu sehen wie funktioniert denn jetzt DeFi eigentlich was könnte man denn sonst noch so programmieren auf der Blockchain da gibt es ja einige Sachen und einer der beliebtesten Standards die sich durchgesetzt haben ist ein so genannte Standard und das ist ein Token Kontrakt der so ungefähr funktioniert als würde man einen Ledger über einen Ledger legen also wenn ich jetzt sage ich habe den normalen das ist normale Journal wo ich Ether auf der Ethereum Blockchain oder Bitcoin auf der Bitcoin Blockchain hin und her schicken kann und diese werden von einer Person auf die andere Person quasi in der Blockchain verankert dann könnte ich ja auch in einem smarten Kontrakt einfach eine Variable definieren und sagen naja wir legen einfach irgendwas drüber und machen hier Programm Code egal wie viel jemand hier hinein schickt der Thomas hat jetzt 5000 und der Shop hat einen Wert von 9000 was das genau ist das weiß ja eigentlich niemand das könnte ja alles sein das müssten wir erst definieren das könnte jetzt zum Beispiel Bonuspunkte sein oder das könnten Flugmeilen sein oder das da sind wir eigentlich wieder bei den Bonuspunkten wo man sagt naja ab 10.000 Bonuspunkten bekommt man einen Gratis Kaffee das könnte man hier also in einem smarten Kontrakt einfach abbilden das heißt wenn ich mit dem Shop interagiere und dem Shop bezahle für meinen Kaffee dann könnte ich zusätzlich noch weil das vielleicht auf einen smarten Kontrakt wandert noch Bonuspunkte dafür bekommen ja das Ganze könnte vielleicht so aussehen da habe ich so eine Variable da steht für den Thomas 5000 drinnen und vielleicht für den Shop 9000 und dann habe ich eine Funktion die die Mint heißt also etwas generieren und wenn diese jemand aufruft dann bekommt er einfach einen Punkt mehr also wenn ich das mit meiner Wallet Adresse aufrufe würde ich hier einen Punkt mehr bekommen und wenn der Shop das aufruft dann würde er einen Punkt mehr bekommen und Sie sehen schon vielleicht haben Sie das jetzt im Hintergrund war das nicht ganz deutlich aber man müsste natürlich der Inhaber von dem privaten Schlüssel sein der hinter dieser Adresse hier liegt damit man das hier beeinflussen kann ich hinter diesen Token Kontrakten und hinter diesen smarten Kontrakten man muss immer der Inhaber des privaten Schlüssels sein und der wird selbst generiert aus einer Zufallszahl von 64 Zeichen wenn ich das aufrufe dann würde vielleicht einfach mein Wert in diesem Ledger in diesem Channel um eines erhöht werden das ist natürlich jetzt keine sonderlich intelligente Logik hier die ist auch nicht an irgendetwas geknüpft aber man könnte eher andere Sachen machen also wenn man einen Ledger über einen Ledger legen kann dann kann man natürlich auch neue Tokens generieren so wie man wollte die können ja einiges darstellen zum Beispiel könnte man sagen jeder der einen Ether also diese Währung auf Ethereum einzahlt der bekommt einen Token dafür oder vielleicht werden diese Tokens auch im Laufe der Zeit teurer also morgen bekommt man vielleicht nur einen halben Token für einen Ether und so weiter und so fort also hier könnte man vielleicht eine Art Auktion starten das Ganze geht natürlich auch umgekehrt wo man sagt heute ist es ein bisschen teurer aber je länger sie warten desto billiger wird es aber vielleicht ist das auch in der Anzahl begrenzt das kann man alles abbilden und Sie sehen schon wo das hingeht diese Tokens könnten ja einiges repräsentieren das könnten vielleicht Wahlen sein es könnten vielleicht Firmenanteile sein es könnten Eintrittskarten sein nur dass Sie kennen das vielleicht wenn Sie ins Casino gehen dann bekommen Sie ja Jetons also Sie müssen ja dieses normale Geld gegen Spiel Chitons wechseln und das Casino weiß natürlich zu jeder Zeit wie viele Chitons im Umlauf sind hoffentlich und kann so hier kann sie eine Schicht über oder einen Ledger über diese eigentliche Fiat Währung legen und das könnte mit diesen ERC 20 Tokens das ist ein Token Standard er hat sich einfach so etabliert genauso sein und diese Tokens die kann man auch verschicken mit denen kann man verschiedene Sachen machen und dieses ist einfach standardisiert in einem smarten Kontrakt und jetzt werden Sie vielleicht schon erkennen das Ganze ist einfach eine Schicht über der Blockchain also mit dem das wird einfach programmiert es ist so wie wenn man ein Excel über ein Excel legt und dem gewisse Logik gibt und das kann man auch selbst kontrollieren während man die Ether natürlich nicht selbst kontrollieren kann diese müssten gemeint werden mit einem Miner jetzt haben diese ERC 20 also diese ERC 20 Token haben eine Eigenschaft die sind nämlich austauschbar genauso wie normales Geld wenn ich Ihnen 20 Euro gebe mit einem die in Spanien erstellt worden sind oder 20 Euro die in Österreich erstellt worden sind das wird ihnen egal sein es sind 20 Euro und und werden sich freuen und genauso ist es mit diesen ERC 20 Token die sind also eigentlich nicht für für Kunstwerke oder für Sammelkarten oder etwas geeignet die sind dafür da dass man etwas das austauschbar ist also sogenannte Fungible Tokens austauschbare Tokens eine Anwendung finden dort und da sind wir dann im DeFi Bereich ja wenn sie sich jetzt den DeFi Bereich ansehen der hat eigentlich mit diesem Token angefangen und es geht jetzt dann ein bisschen weiter und diese wurden dann für diverse Zwecke gebraucht wie Auktionen da wurden dann Startups gegründet und das war Ende 2019 oder 2017 war das glaube ich da wird diese große Welle an Auktionen für irgendwelche Token wo dann die meisten eigentlich wertlos waren aber es haben sich trotzdem alle drauf gestürzt und einige Firmen haben natürlich seriös damit gearbeitet und es war dann aber auch die Rechtsgrundlage recht unklar vor allem in Europa und einige haben sich hier wohl die Finger verbrannt und nichts nichts desto trotz sind sehr viele übrig geblieben also wenn man sich das jetzt anseht nachdem hier alles offen da liegt und man das auch einsehen kann kann man auch einsehen wie viel Geld hier täglich über den Kryptomarkt wandert und wie viele Tokens es hier gibt und wo die meiste Aktivität liegt und wenn man sich das ansieht und alle Blockchains quasi zusammenzieht und alle Tokens zusammenzieht und alle Werte zusammenzieht dann gibt es hier Seiten die das recht gut analysieren und eine davon ist coinmarketcap.com kann ich Ihnen empfehlen wenn Sie hier einmal reinschauen wollen dann sehen Sie alle verschiedenen Token und Projekte und Blockchains und so weiter und hier sieht man es hat in den letzten 24 Stunden zumindest an dem Tag wo ich diesen Screenshot gemacht habe das ist jetzt Anfang April 2022 hat es in den letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von 63 Milliarden US-Dollar gegeben und um das ein bisschen zu vergleichen von der Statistia.com habe ich mir die Transaktionen pro Tag im Jahr 2021 die Euro-Transaktionen pro Tag herausgesucht und das waren 839 Millionen Euro sind hier pro Tag verschoben worden im Schnitt und hier ist man also um eine 10er Potenz noch kleiner ein bisschen weniger als eine 10er Potenz noch kleiner um das ein bisschen zu vergleichen Ja die Frage ist die Frage ist aber nun jetzt haben wir so einen Ledger über einen Ledger gelegt das bringt ja noch nicht viel das ist ja eigentlich noch ist zwar schon sehr toll damit kann man das ist sehr komplex schon und da tauchen wir schon in die Welt der Programmierung ein die Frage ist aber was kann man sonst noch damit machen was wäre denn wenn man diese smarten Kontrakte miteinander agieren lassen könnte und kombiniert kann man vielleicht diese Tokens intelligent wechseln anstatt dass ich jetzt hier wieder eine Börse machen müsste oder irgendein Orderbuch machen müsste oder einen Broker der sagt ja sie haben jetzt da Token von Starbucks und sie müssen diese Token gegen Tribeca Token tauschen und sie möchten da jetzt irgendwas dafür bezahlen dann muss es ja irgendwie einen Wechselkurs geben wie funktioniert denn das und diese Tokens kann man tatsächlich ohne Broker ohne irgendjemanden dazwischen ohne Tritt Partei einfach sozusagen das heißt Swapping Token Swapping einfach wechseln und die Idee dahinter ist die folgende dass sich dieser Wechselkurs aus irgendetwas bestimmen muss und nachdem ja alles auf der Blockchain offen da liegt zumindest die Information einsehbar ist und das Ganze durch smarte Kontrakte gesichert ist kann man ja einen smarten Kontrakt machen indem man Token A in einen also von einem smarten Kontrakt Token A in einen anderen smarten Kontrakt schickt und Token B von einem smarten Kontrakt in einen anderen smarten Kontrakt schickt und dieser dann sozusagen einen Pool besitzt an Tokens und und zwar zum Beispiel ein Beispiel 1000 Token von Token A besitzt und 500 Token von Token B besitzt und wenn jetzt jemand einen sagt er möchte jetzt tauschen dann gibt es vielleicht eine Tauschfunktion und sagt er möchte jetzt einen Token von A auf B tauschen dann bekommt er einfach zu dem Wechselkurs der hier in diesem Pool verankert ist entsprechend Token wieder ausbezahlt und das funktioniert innerhalb einer Transaktion da kann man sagen man schickt das jetzt hier hinein und bekommt einfach die anderen und der smarte Kontrakt schickt einem automatisch aufgrund der Logik die dort verankert ist einfach die anderen Tokens wieder zurück und das funktioniert recht gut und es funktioniert vor allem selbstregulierend ich brauche hier nicht eingreifen diese Wechselkurse können zum Beispiel einer Kurve folgen die können einer linearen geraden folgen entsprechend wie hier abgebildet es ist zensurresistent ich muss hier nicht eingreifen ich kann auch nicht eingreifen ich kann mir sicher sein als Endbenutzer dass das auch morgen noch funktioniert ohne dass jemand es runtergefahren hat ich muss es auch nicht zentral überwachen ich brauche hier keinen langen Auditierungsprozess weil es ja selbstständig in Code so abgebildet ist dass es funktionieren sollte und es funktioniert einfach es verwaltet sich selbst es ist quasi Geld das sich selbst verwaltet und hier kommen wir zu einem Begriff der heißt Composibility das heißt man kann es hier zusammenstückeln wie Lego Bausteine und das können Sie sich genau so vorstellen dass dieses DeFi dieses Decentralized Finance sind viele kleine Smart Contract Standards die hier erfunden wurden die hier gewisse Ein- und Ausgänge haben und Funktionen haben die sind standardisiert wie zum Beispiel einen Token verschicken dieses Token verschicken oder dieses Token besitzen und wie viel jemand besitzt das sind Standard Funktionen die wurden so niedergeschrieben und jetzt kann ein anderer Smart Contract hergehen und sagen naja wenn ich weiß dass auf dieser Adresse dieser Token Standard ist dann kann ich mit dem auf eine gewisse Art und Weise interagieren und das funktioniert genauso wie Lego kann man aus verschiedenen kleinen Lego Bausteinen kann man eine noch größere Funktion abbilden und dann gibt es natürlich hat sich über die Zeit haben sich einige Standards hier entwickelt da gibt es etwas aus dem aus dem Ausburgen intelligentes Ausburgen von Geld und das funktioniert auch sozusagen Peer-to-Peer also ohne Drittpartei dazwischen es gibt aus dem Versicherungssektor hat sich einiges abgebildet es gibt sogenannte Stable Coins das sind diese Token die einfach eine Fiat-Währung abbilden also da gibt es zum Beispiel aus dem US-Dollar-Bereich oder aus dem Euro-Bereich eine einfache Variante wäre ich bezahle einen Euro ein und irgendjemand sieht das auf einem Konto und bezahlt dann einen Token dafür aus und wenn ich meinen Euro wieder raus haben möchte dann muss ich diesen Token zurückgeben und bekomme dafür einen Euro wieder retour natürlich ist dieser Transaktionsprozess das eigentlich schwierige das intelligente daran ist dass ich dann auf der Blockchain mit diesem Token sicher gehen kann da drinnen ist wirklich dieser ist wirklich einen Euro wert weil ich ja immer einen Euro dafür zurückbekomme das gleiche für US-Dollar das gleiche für Yen vielleicht oder für Hongkong-Dollar und vielleicht auch Rubel ja da gibt da gibt es noch andere Arten von Stable Coins die dann programmatisch irgendwie zusammengestückelt werden aus anderen hinterlegten Sicherheiten aber das geht jetzt ein bisschen zu weit und dann gibt es auch etwas aus dem Identity und Compliance Bereich da gibt es diese sogenannte Self-Soverain Identity wo man quasi selbstständig aufgrund dessen dass man ja Zugang zu seinem eigenen privaten Schlüssel hat und diese private Schlüssel niemals öffentlich geworden ist kann man auch seine eigene Identität selbstverwalten stellen Sie sich vor Sie müssten nicht zu jeder Bank und zu jedem Finanzdienstleister ihren Reisepass und ihre Adresse und ihre letzte Energieabrechnung schicken sondern Sie könnten einfach das Ganze einmal auf der Blockchain machen und Sie hätten dann eine Identität die ist verifiziert und mit der können Sie dann auch in anderen Plattformen interagieren das ist die Grundidee von Self-Surveying Identity SSI heißt das abgekürzt und in diese Richtung geht es natürlich sind wir hier noch weit entfernt ich möchte trotzdem aus dem Bereich des Lending Borrowing also dieses intelligente Ausbauen von Geld Ihnen ein Beispiel zeigen das ist natürlich etwas vorgegriffen aber in diese Richtung könnte es eventuell gehen also stellen Sie sich vor es gibt ein Haus das ist 500.000 Euro wert und das möchte jemand kaufen und der hat Eigenkapital 250.000 und muss natürlich jetzt einen Kredit aufnehmen und er nimmt jetzt einen Kredit für 250.000 auf und nimmt dann aber zusätzlich noch einen Kredit für die Renovierung von 100.000 Euro auf möchte aber hier sagen wir es ist dieses Haus hier möchte hier sechs Wohnungen reinbauen und diese 200.000 Euro wieder verkaufen und hat dann am Ende 1,2 Millionen Euro abzüglich des Kredits und so weiter natürlich einen schönen Gewinn gemacht ja stellen Sie sich vor ich nehme diesen Kredit um 350.000 aufkaufe das Haus und wer steht denn hier im Grundbuch naja es wird die Bank sein die hier im Grundbuch steht dass ich das Haus dann als Sicherheit gerne hätte jetzt wie funktioniert das vielleicht auf einer Blockchain Lösung naja stellen Sie sich vor ich kann jemandem sagen ich möchte hier 350.000 Euro fremdfinanziert haben weiß aber ich mache 1,2 Millionen Euro insgesamt Gewinn oder 600.000 Euro Gewinn Entschuldigung 1,2 Millionen nach Umsatz oder 600.000 Euro Gewinn das Problem ist das Grundbuch wie kommt hier jemand ins Grundbuch der das finanzieren möchte und der das intelligent finanzieren möchte und die Idee hier wäre das Haus zu tokenisieren und dann wenn ich sobald ich dieses gemacht habe kann ich aufgrund des Standards der hier festgelegt worden ist kann ich sagen naja dieses Haus kann übertragen werden das Haus kann gekauft werden vielleicht über eben so einen Pool der ist ja nicht beschränkt auf einen Wert jetzt hat aber nicht jeder dieser token vielleicht den gleichen Wert und vielleicht nicht jeder token repräsentiert das gleiche vielleicht ist das eine Wohnung und vielleicht nicht jede Wohnung ist gleich groß oder hat den gleichen Platz im Haus also ist ERC20 Token von dem ich vorher gesprochen habe es ist ja nicht mehr austauschbar es ist ein anderer Token und hier sind wir nun bei den NFTs diesen sogenannten Non-Fungible Tokens dafür stehen die eigentlich ist ein relativ unspektakulärer Name und daher kommen sie auch sie kommen aus dem Bereich der Besitzurkunden dafür wurden diese NFTs eigentlich geschaffen genau um dieses Beispiel abzubilden nämlich ich habe ein Haus ich habe dort mehrere Wohneinheiten und diese Wohneinheiten haben einen Besitzer und das war die Grundidee hinter diesen NFTs also hier können sie auch in diesem NFT Standard nachsehen das heißt ERC 721 das können sie bei Google eingeben da kommen sie auf eine englische Seite der beschreibt dies und da geht es um Real Estate Deeds und um alles mögliche um diese Besitzurkunden von Immobilien zum Beispiel abzubilden und wenn man sich das nun in einem Smart Contract ansieht und dieses Haus quasi tokenisiert hätte dann kann ich sagen ja ich kann als Besitzer dieses Hauses das Haus in einem smarten Kontrakt auch hinterlegen und quasi den smarten Contract als neuen Besitzer angeben das heißt kann das übertragen und kann das als Sicherheit hinterlegen und dann kann ich diesen smarten Kontrakt wie ein Lego in andere smarte Kontrakte einbinden ja ich möchte dieses Haus gerne um 500.000 Euro verkaufen und sage nun der Wert dieses Hauses 500.000 Euro ein Käufer hat 250.000 Euro borgt 350.000 Euro aus und kauft damit das Haus welches als Sicherheit aber am smarten Kontrakt hinterlegt wird das heißt dieses Haus geht jetzt vom Besitzer nicht direkt an den neuen Besitzer nein es geht vom Besitzer direkt an den smarten Kontrakt und dieser Besitzer darf nun mit dem Haus einiger Dinge vielleicht tun und da gibt es Firmen die haben sich nun darauf spezialisiert es geht natürlich etwas weiter als vielleicht hier Einlass gewähren ich kann vielleicht dieses Haus auch verifizieren ich kann vielleicht andere Dinge machen mit dem Haus aber es ist alles in einem Code abgebildet und ich darf mit diesen ausgeborgten 350.000 Euro nun nicht nur das Haus also diese 250.000 von mir plus die 250.000 die ich hier geborgt habe gehen nun an den alten Besitzer der übertragt das Haus an den smarten Kontrakt und hier bleiben 150.000 Euro über und ich darf mit diesen 150.000 nun extra noch verfügen um das zu renovieren aber das Haus ist nach wie vor nicht meines und dann sagen wir ich kann Wohnungen hier in diesem smarten Kontrakt also diese tokenisierten Wohnungen quasi einzeln verkaufen aber wenn ich diese Wohnungen verkaufe und dafür quasi Geld bekomme dann bekommen die Kreditgeber die in diesem anderen smarten Kontrakt einbezahlt haben einen gewissen Prozentsatz vom Kaufpreis direkt an die Kreditgeber hier ist kein Notar im Spiel hier ist keine Bank im Spiel hier ist einfach nur ein Programmcode im Spiel der das automatisiert für alle Beteiligten so abbildet also sie sehen ohne jetzt einen riesigen smarten Kontrakt geschrieben zu haben es geht mit vielen kleinen und diese werden so in diesem Decentralized Finance einfach zusammengestückelt und hier hat sich ein Ökosystem aufgebaut an verschiedensten Firmen und Projekten das ist selbst für Experten eigentlich sehr sehr schwer durchsichtig und sie sehen vielleicht Parallelen zur Dotcom Zeit von ja den Anfangen von 2000 vom 2000er Jahr wo hier auch sehr viele Firmen einfach sehr viele verschiedenste Dinge ausprobiert haben und natürlich viele einfach nicht funktioniert haben und sie sehen auch sie sind wenn sie dieses Video noch 2022 sehen sehr früh unterwegs um in diese Materie einzusteigen also es ist sie haben es vielleicht gemerkt auch für mich recht schwer das ordentlich zu erklären ohne jetzt zu komplex zu werden und hier muss einfach noch viel viel Arbeit getan werden da die Mehrheit der Menschheit nicht weiß was ein Wallet ist oder was Private Keys sind wie diese funktionieren und wie Blockchains funktionieren wie das Ganze eigentlich gespeichert wird ja wenn sie einen Einstieg möchten in diese Materie dann kann ich Ihnen auch diese eigene Ethereum Seite eigens zur Verfügung stellte Seite von ethereum.org empfehlen hier geht es also wirklich um Decentralized Finance es ist leider nur auf Englisch verfügbar aber sie geht sehr tief in die Materie hinein und ich möchte Ihnen aber trotzdem gerne auf den Weg geben sich vielleicht doch etwas mit der Materie auseinander zu setzen da hier schon wirklich große Firmen hier reden wir von BlackRock und Fidelity in dieses Ökosystem anfangen zu investieren und ich glaube es zahlt sich aus zumindest zu wissen worum es hier geht und auf der kompletten Basis vielleicht einmal mit diesen Blockchains interagiert zu haben vielleicht einmal ein Wallet heruntergeladen zu haben und vielleicht einmal eine Transaktion gestartet zu haben oder zumindest auf einer zentralisierten Börse wie Kraken oder Binance oder Bitpanda einmal mit Tokens gehandhabt zu haben und diese vielleicht auch privat auf ein Wallet geschickt zu haben ja natürlich es geht in diesem Bereich einiges einiges schief auch täglich man liest ja täglich Schlagzeilen wo irgendwo ein neuer 100 Millionen Dollar Hack stattgefunden hat oder irgendjemand Geld im großen Stil verloren hat es passiert sogar noch viel viel mehr das schief geht und es gibt hier eine Seite die hat sich darauf spezialisiert diese Sachen mitzuverfolgen und die heißt webfreeisgoinggreat.com Sie sehen die Adresse hier unten hier geht es wirklich darum einfach alle negativen Nachrichten die jemals mit Blockchains in Verbindung gebracht werden können abzubilden und die haben auch wenn sie die Seite auf dem Computer aufmachen und nach unten scrollen da gibt es rechts unten so einen kleinen Tracker der beim Scrollen quasi mitzählt wie viel Geld seit heute bis in die Vergangenheit schon verloren wurde und der wird relativ schnell sehr groß also Sie sehen hier ist noch sehr viel Nachholbedarf was die Blockchains im Thema Seriosität angeht also nicht alle Negativ Schlagzeilen sind emotionale Debatten hier sind einige Negativ Schlagzeilen durchaus objektive Negativ Schlagzeilen die haben es auch verdient so negativ in die Presse zu kommen aufpassen muss man es gibt auch sehr viel Positives zu berichten auf der Blockchain und natürlich sind negative reißerische Schlagzeilen immer besser als positive für News Outlets ja damit möchte ich mich aber bedanken ich hoffe Sie konnten einiges mitnehmen obwohl es doch etwas technisch geworden ist und wenn Sie noch mehr wissen wollen dann schreiben Sie mir doch einfach wie gesagt ich habe Ihnen eigentlich nichts zu verkaufen ich mache das Video aus freien Stücken und habe hier auch keinen Upsell wenn Sie jemanden kennen der der auch von diesem Video profitieren würde der vielleicht einmal eine objektive Beschreibung gerne hätte wie Blockchains funktionieren was man damit machen kann was man nicht damit machen kann ohne jetzt beeinflusst zu werden über irgendwelche Schlagzeilen negativ oder positiv ja dann schicken Sie ihm doch bitte dieses Video empfehlen Sie mich weiter es würde mich freuen und ich hoffe ich kann Sie vielleicht wieder einmal zu einem Video begrüßen geplant ist derzeit nichts aber das kann sich ja vielleicht noch ändern bis dahin einen schönen Tag und auf wiedersehen bis dahin 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 Untertitelung des ZDF, 2020